Herzlich Willkommen zu diesem Smash Video hier. Ich wollte mal was etwas anderes machen, kein typisches Tutorial, sondern ein fast Speedrun Tutorial, wie man jeden Charakter in Elite Smash bekommt. Dabei werde ich jetzt jeden Charakter durchgehen und ganz, ganz schnell, kompakt so ein paar Tricks zusammenfassen, so dass ihr jeden Charakter in Elite bekommt, wenn ihr etwas fortgeschrittener Spieler seid. Ja, fangen wir an bei Mario. Mario ist ein Feuerball, der hilft für Feuerball-Approaches. Man kann Short-Up-Feuerball mal mit dem Feuerball mitlaufen und kriegt somit Grabs. Bei Low-Prozent geht man für Up-Throw, Down-Air, hat somit Early Damage drin. Ab 40% kann man Down-Throw in Up-Air-Strings bauen, die Up-Air sehr, sehr lange ineinander connecten und so dann auch sehr schnell Schaden aufbauen. Killen tut man mit F-Smashes, Up-Smashes oder Back-Air-Spacing. Back-Air ist einer safesten Moves im Game und Back-Air-Spacing kann man höheren Prozenten auch sehr, sehr gut zum Kill führen und ja, Water-Gun ist gut, wenn ein Gegner springt, denn damit spielt man ihn Disadvantage und meistens Forced ist auch dann den zweiten Jump, wenn man die Wasserkanone benutzt hat, nachdem man gemerkt hat, dass der Gegner schon vorher gesprungen ist und die dann eben halt benutzt hat. Ja, wenn man das alles beachtet, kriegt man Mario easy in Elite-Swash rein. Donkey Kong, sehr basic, Heavyweights in Elite-Swash reinzubekommen ist sowieso nicht schwer. Back-Air-Spacing ist sehr gut, also Back-Air einer besten Moves oder einer besten Back-Ass im Spiel. Man kann in 1 Short-Top 2 Back-Ass machen, man kann das Mix-upen mit einer Back-Air into Grab, man kann das Mix-upen mit einer Back-Air into Side-B für Shield Break, wenn der Gegner sehr defensiv ist. Bekommt man Grab mit Donkey Kong, dafür sollte man auch gehen. Benutzt man bis 50% den Karu Up-Fraw, Karu-Fraw ist der Fort-Fraw, dann nimmt er den Gegner hochgepackt und dann wirft man den Gegner nach oben und macht Up-Airs. Up-Air-Juggle lässt den Gegner nicht mehr landen, versucht so gut wie möglich den Gegner am Land zu hindern. Und ja, Donkey Kongs Disadventive-Game ist nicht so gut. Meistens landet man mit Nair oder mit Down-B-Reverse, wenn man das Ganze gut mixt, kann man tatsächlich ganz gut zurückkommen und man sollte nicht sofort, wenn man Up-B drückt, für die Edge-Aim, weil man dann sehr leicht gegimpt wird von besseren Spielern. Man wird sehr leicht gespiked und das sollte man auch auf jeden Fall verhindern. Dash-Tag ist ein sehr guter Move, sollte man aber nicht immer benutzen. Viele Donkey Kong-Spieler in Elite-Smash benutzen die ganze Zeit Dash-Attack und das ist natürlich keine gute Option, wenn man das immer macht. Ist nicht safe, aber ein verdammt guter Wolf-Punish-Move. Komoot auch und schickt die Gegner einen ekligen Winkel und ja, super guter Move. Aber wenigstens wählt ihr als Wolf-Punish. Link, Link kann natürlich gut spammen mit Bomben, Bumerang und Pfeilen, denn Bumerang sollte man immer draußen haben, kann man auch engeln, um diverse Approaches abzudecken, wenn man zum Beispiel einen Gegner von sich hat, der sehr oft auch so Luft angreift, wie zum Beispiel Bumeluft. Da sollte man den Bumerang eher nach oben werfen, um Aerial Approaches abzudecken. Die Bombe, da sollte man Z-Drop mal an der Kante, die bounce dann immer so auf und hat noch eine Hitbox. Und das ist super schwierig dann zu Recoveren für den Gegner. Neutral-Air ist verdammt gut verlinkt. Kurz vorm LUN benutzen, super safe, kann man dann auch Spot-Dodgen, wenn der Gegner einen Ge-Wift hat, kann man dann Ab-B machen, super schnelle Option, Ab-B Out-of-Shield, Ab-B zum Whift-Punish. Nach dem Spot-Dodge, extrem gut. Und Hard-to-Reads mit Link werden auch belohnt, also F-Smash-Kill, super super early, also extrem guter Move. Und ja, wenn man ganz gut Projektil, äh, ganz gutes Projektil-Game hat und die New-to-Air auch immer schön heilen setzt, äh, ja, dann sollte man das mit Link ganz gut hinkriegen. Back-Air, außerdem, Combots in F-Tills, ist ein Kill-Confirm, wenn man, äh, nicht den letzten Hit von einem Back-Air trifft. Sehr empfehlenswert, wenn man den Kill sucht. Und ja, das war eigentlich alles, was man zu Link sagen kann. Samos, Dark-Samos, die fasst sich zusammen, sind ja sehr ähnlich. Charge-Spiel sollte man eben aufladen, man sollte gucken, wie der Gegner darauf reagiert. Gut, ist der Gegner sehr nah dran und respektiert nicht euer Grab-Range und zu den Gegnern defensiver Gegnern, sollt ihr für den Grab gehen. Ihr müsst aber im Hinterkopf behalten, dass der Grab immer sehr, sehr risky sein kann, weil es ein Terra-Grab ist und der schon gut gepanischt werden kann, auch trotz der immensen Reichweite. Habt ihr einen Gegner, der sehr viel springt, benutzt ihr die Faire, die Faire bietet fast jeden Move im Spiel durch diese heftige Reichweite, die die Faire eben halt hat. Ähm, euer Landings wollt ihr mix-upen, indem ihr die Bomben benutzt. Die Down-B von Samos, da kann man richtig viel Stuff machen, des Weiteren shiftet ihr dadurch die Hurt-Box von Samos, die rollt sich zusammen und es ist schwieriger zu treffen. Die Raketen von Samos könnt ihr auch benutzen, um den Gegner zu nerven, wenn der Charge-Spiel schon aufgeladen ist, um Jumps zu provozieren und dann davon zu profitieren. Ja, das ist eigentlich alles, was man wissen muss von Samos. Recovert euch nicht mit der Up-B, recovert euch lieber mit den Tether, mit der Seher. Ja, weil das lohnt sich in der Regel mehr. Gut. Charge Beam übrigens nicht einfach so rauszauern. Lieber als Zwift-Punish benutzen, wenn ihr Hard-Read habt. Oder als Landing-Punish. Weil ich seh so viele Samos-Spieler, die einfach dann Charge-Spiel aufladen und dann ist er aufgeladen und dann verschießen sind direkt. Das bringt dann nichts. Sie können einfach schießen und es führt zu nix. Benutzt den Clever. Könntest auch gern B-Reversen mal. Yoshi, na, Yoshi Eier im Mutual verwenden. Ist ein ganz gutes Projekt hier. Nervt den Gegner. Könnt gucken, wie der Gegner darauf reagiert und dann dementsprechende Vorkehrungen treffen. Na, wenn der Gegner Grounded bleibt und im Schild bleibt, dann könnt ihr versuchen, irgendwie nen Grab zu bekommen. Den Grab mit Yoshi ist sehr risky, aber ihr habt ja noch ne Alternative, nämlich die Newtob. Und wenn er Newtob B-Reversed, kriegt man sehr schnelle, sehr schöne Openings. Macht den Gegner zum Eye und wenn der Gegner im Eye ist, kann man halt den, ja, das Rauskommen aus der Eye readen mit Up-Air und dann ne Combo starten. Oder man geht einfach für den Insane Damage und read das Rauskommen aus dem Eye mit ner Down-Air. Generell, mit Yoshi wollt ihr im Neutral sehr viel Neutral-Air verwenden, weil der Move extrem schnell ist, sehr gute Out-of-Shield-Option ist. Und auch gut Combo-ed und Tag-Chased, also der Move macht extrem viel für Yoshi. Wenn der Gegner unsafe gespaced hat auf euer Schild, dann könnt ihr mit F-Tilt arbeiten und damit große Combo starten. F-Tilt, Combo-ed in mehrere Ab-Ers, Ab-Er linkt in sich selbst und somit könnt ihr sehr, sehr schnell Schaden aufbauen mit Yoshi. Upsmash ist ein Kill Confirm mit Yoshi, sehr guter Move, sehr stark, sehr gute Reichweite. Und, ja, das ist eigentlich alles, was ihr wissen müsst mit Yoshi. Benutzt nicht die Side-B, die Side-B ist ein grauenvoller Move und wird euch keine Spiele gewinnen. Und passt auf den Double-Jump auf. Hat Yoshi keinen Sprung mehr, ist er ziemlich, ja, verletzlich. Kirby? Ja, Kirby ist nicht der beste Charakter, aber mit Kirby kann man auch Elite kommen, wenn man aufpasst. Viele kommen nicht auf die Down-Airs, klar. Die Down-Air an sich ist aber keine gute Option. Wenn ihr die bekommen, könnt ihr die teilweise in Smashes-Combo oder in Up-Tilt. Und Up-Tilt-Combo dann wieder in Neutral-Air. Oder Back-Air, depends, wo der Gegner hingeheilt, wo der Gegner gerade steht. Im Neutral wollt ihr generell viele Back-Airs Auto-Shield verwenden. Ihr wollt generell langsam euch an den Gegner rantasten. Mit Retreat-Forward-Air, Back-Air. Und F-Tilt. F-Tilt ist auch ein sehr guter Move von Kirby. Führt zu Tag-Chase, super schnell, fast gar nicht zu Punishen. Und ihr wollt für Grab-Skill mit Kirby. Der Forward-Throw kommt in Fair. Und danach kann man meistens ein Re-Grab bekommen. Kommt drauf an. Auf jeden Fall ist das euer Go-To-Option mit ihm. Edge-Gun könnt ihr mit Down-Air, mit dem Stein. Also der Stein ist die Down-B. Und bitte nutzt nicht der Hammer. Und nutzt eure Multi-Jumps-Weise. Mit Fox ist die Dash-Tech euer Freund. Die Dash-Tech ist sehr, sehr gut. Combo ist extrem schnell. Ist gut zum Landing-Punish. Und wirklich die Go-To-Option bei Low-Prozent mit Grab zusammen. Wenn ihr einen Grab bekommt, macht ihr Down-Forward-Air. Ist generell eine gute Sache. Bei höheren Prozenten geht ihr für Down-For-Back-Air. Back-Air ist auch eine sehr, sehr solide Kill-Option. Sehr schwer zu Punishen, wenn man die Back-Air richtig spacet. Und Shield auch. Und das Schöne bei Back-Air und Shield ist, dass man ein ultimatives Mix-Up hat. Wenn ihr Back-Air und Shield trefft, dann könnt ihr danach Ab-Tilt machen. Und es poked dann manchmal durch Schild. Oder die Gegner rechnen nicht damit. Und dann bekommt ihr wieder ein weiteres Opening. Fox ist auch gut im Jugglen. Seine Ab-Air ist verdammt schnell. Und ja, wenn ihr die Ab-Air bei höheren Prozenten bekommt, dann killt diese auch. Also bei höheren Prozenten versuchen die Back-Air zu spacen. Weil das eigentlich seine einzige Kill-Option ist. Ansonsten könnt ihr noch probieren. Nutri-Air. Wenn der Gegner dann den Tag misst, könnt ihr natürlich Up-Smash bekommen. Landing-Punish-Up-Smash. Rift-Punish-Up-Smash. Das sind auch natürlich alles Options, die noch Fox hat. Sehr, sehr gut. Und ja, das ist alles, was man wissen muss. Und als Fox müsst ihr nicht unbedingt approachen. Ihr könnt den Gegner immer zum Approachen zwingen. Dafür habt ihr euren Laser. Cancellt den nur relativ früh, damit ihr nicht direkt aus dem Raum bekommt. Weil der Laser kein Knockback hat. Aber damit kann man immer so ein bisschen extra Prozente aufbauen. Das ist ganz nett. Pikachu. Basiert auf Klassikomons. Die muss man halt lernen. Die muss man können. Downflow. Drag-Down. Neutral-Air. Combo bis 40%. Ansonsten. Thunder-Jolt into Grab ist natürlich eine gute Sache. Thunder-Jolt extrem gut. Man kann Short-Up-Thunder-Jolt mal mit dem Thunder-Jolt mitrennen. Und dann eben mal Grab bekommen. Man kann extrem gut Edge-Guard mit Pikachu. Deswegen Edge-Guard mit Pikachu. Edge-Guard mit Back-Ai. Back-Ai. Sehr lang aktiv. Ein Multi-Hit-Move. Extrem, extrem lang aktiv. Und super gut zum Edge-Guard. Der Donner-Blitz super gut zum Edge-Guard. Dafür müsst ihr aber Sprung Donner-Blitz machen. Ansonsten fast voll Pikachu und SD meistens. Deswegen da muss man ein bisschen trainieren. An der Edge kann man auch sehr gut Ledge-Trapping getreiben mit Pikachu. Indem er F-Smash auflädt. Max-Range gespaced. Und ja, man kann on Reaction dann reagieren. Auf den Gegner, was der ehemal macht. Wenn er springt, kann man im Fort eher direkt agieren. Oder wenn er rollt, kann man für ein Grab gehen. Oder für sonstige Optionen, die Pikachu ehemal hat. Man kann auf alles reagieren. Sein Ledge-Trapping ist insane. Sein Edge-Guarding ist insane. Erstmal einmal nur noch der beste Charakter des Spiels. Zum aktuellen Zeitpunkt. Deswegen ist es nicht schwierig, diesen Charakter in Elite zu bekommen. Meiner Meinung nach. Gut. Ja, der F-Smash kann auch teilweise in Mewtwo rausgehauen werden. Der Up-Smash ist so ähnlich wie bei Yoshi. Nur nicht ganz so stark. Nicht ganz so gute Reichweite. Aber auch verdammt gut. Der Up-Smash von Pikachu. Ja, und Quick-Attack muss man natürlich auch ein bisschen lämmen. Da gibt's Combos mit. Man muss die Recovering ein bisschen trainieren. Und ja. Uptilts. Ist ein super guter Combo-Starter noch mit Pikachu. Kann euch auch einige Sachen ermöglichen. Uptilt, Uptilt, Up eher. Und dann müsst ihr in die Eye reden. Und könnt dann weitere Aerials bekommen. Also Pikachu ist wie eine Combo-Maschine. Luigi. Ja. Einfach den Grab bekommen. Das war's. Ja, Grab. Zero-to-death-Combo natürlich. Grab into extrem viel Schaden. Und er hat einen der besten Grabs im Spiel. Ähm. Generell ist Luigi eine Combo-Maschine. Die ganzen Aerials sind super gut. Zum Combo. Und die Back-Air ist super gut zum Killen. Der Up-Smash ist auch sehr stark. Sehr schnell. Ähm. Wenn der Gegner was auf euer Schild trifft. Was ihr. Punischen könnt. Dann benutzt die API dafür. Denn die API, wenn der Gegner sehr nah an euch dran ist. Killt extrem früh. Eine sehr gute Auto-Shield Option dann. Wenn der Gegner wirklich was auf euer Schild gespaced hat. Was man mit der API punishen kann. Weil dann kriegt man meistens einen Early-Stalk mit Luigi. Und ansonsten im Neutral. Feuer-Bälle-Spam. Gucken wie der Gegner darauf reagiert. Und. Ja. Teilweise aus den Kombos des Gegners mit Down-Bee rauskommen. Kann man immer probieren. Wenn der Gegner es nicht punisht. Das ist halt ein Combo-Breaker. Und. Ja. Forward-Air kann man auch gut spacen im Neutral. Ness. PK-Fire. 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 Natürlich nicht. Aber PK-Fire ist eine gute Option zum Landing-Punnel. Zum Roll-Punish. Und. Ja. Lernt. Jump-Cancel. PK-Fire. Das ist besser. Das ist. Viel ekliger. Und ansonsten. Versucht halt. Jumps zu catchen. Vom Gegner. Mit Forward-Air. Mit Ness. Und. Wenn ihr einen Kill braucht. Versucht einen Grab zu bekommen. Backflow-Kill super early. Back-Air-Kill super early. Neutral-Air ist eine verdammt gute Art-Of-Shield-Option. Wenn ihr richtig. Ähm. Gut seid. Mit den PK-Fundern. Dann könnt ihr versuchen. Irgendwelche Air-Dodges rauszubeten. Und dann das Landing mit PK-Fundern abzufangen. Das. Verschafft euch auch sehr sehr frühe Kills. Und. Psy-Magnets. Ist natürlich jetzt advanced. Aber es kann natürlich auch richtig gut. Benutzt werden. Zum stallen in Luft. Zum absorbieren von irgendwelchen Projektilen. Und natürlich auch zum Kombon. Und natürlich auch zum Kombon. Verdammt Kulacar. Aber mit Ness ist es auch nicht schwierig in Elites zu kommen. To be honest. Captain Felton. Sehr combo oriented. Dash-Attack. Ab-Air-Kombos. Downflow. Neutral. 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 Anges dated Nonbene. Das hat groß kompetenziale. Hippie. Wir wollen die Gegner über euch haben. Und damit aber erst juggeln. Und dann baut er extrem viel schaden auf. Wenn sie den kill braucht. Dann macht ihr es entweder mit einer gut gespaceden Back-Air. Oder ehemals First Hit Nutray into Knee. Ist ein True Combo. Funktioniert immer. An Edge könnt ihr auch First Hit Nutray into Downjammern. Gibt auch dann early stocks. Captain Felton kann eigentlich sehr viele zusammen mit der First Hit Nutray. Versucht das ein bisschen heraus zu finden. Und dann sollt ihr mit Captain Felton eigentlich keineского haben in Elite zu kommen. Pumelhoff, da hatte ich am meisten Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ja, ich hab's dann letzten Endes geschafft, also man kann mit Pumelhoff schon ganz gut Aerial Spamern, aber nur wenn man Advantage State ist, wenn Advantage State ist, sollte man die Gegner wirklich mit den Fairs und Nairs chasen und wirklich versuchen Offstage zu bekommen für Easy Edge Guard, zwar Pumelhoff ist verdammt gut im Edge Guard, also versuchen die Gegner Offstage zu bekommen und damit Fair und Nair besiegen, die Nair ist auch länger aktiv, lingert länger, deswegen ist sie verdammt gut um die Edge zu covern, wenn einer eine Predictable Recovery hat, wie zum Beispiel Cap'n Felton, der wirklich für die Edge aimt, dann kann man das easy damit besiegen mit der Neutrair, ansonsten Side B benutzen, Side B ist gut zum Stall in der Luft, Side B demoliert den Schild des Gegners und Side B ermöglicht Kombos, Side B ist auch ein guter Kombostarter, Kill kann man mit Pumelhoff auch mit Dash Tag, wenn einer was Rift, kann man On Ground Dash Tag Rift Punish machen und ist auch eine sehr, sehr gute Option mit Pumelhoff, ansonsten lernt die Rest Confirms, Rest ist eine gute Sache, benutzt übrigens nicht Sing einfach so, Sing kann man benutzen, um die Edge zu greifen, bevor man die Edge greift, halt Sing, wenn ein Gegner hohe Prozent hat, schläft da manchmal ein, kann man in Early Kill schießen, aber benutzt auf jeden Fall nicht die Neutrair, die Neutrair ist grauen, voll von Pumelhoff, benutzt sie einfach nicht. Ansonsten Rest, äh, Kill Confirms lernen, Up Air to Rest, Uptill to Rest, kein Problem, Down Air to Rest gibt's auch noch, versuch das ein bisschen, ähm, zu verinnerlichen und dann kriegt ihr auch Pumelhoff in die Elite. Peach und Daisy, hatte ich auch leicht Schwierigkeiten, weil die halt so technisch sind, ähm, die haben diese ganze Float-Kombos, Float-Kennste, etc., ist alles nicht so einfach, aber, ja, was soll ich sagen, ich sag's mal so, man kann auch ohne diese technischen Kombos und ohne Float-Sachen mit Peach und Daisy Elite kommen, dann könnt ihr die Rüben-Spam, könnt, äh, Rübe ziehen und dann Rüben-Kombos machen, Rübe in Grab ist zum Beispiel eine Sache, dann geht man für Down-Throw, Back-Air ist immer eine True-Kombo, bis ganz hohe Prozente sogar. Man kann, ähm, Shot-Ammon, dann Floaten, dann kann man Down-Air machen, Down-Air-Fair ist ein True-Kombo, macht richtig viel Schaden, man kann, ähm, in Luft floaten und dann Retreat-Back-Ammon, super Schmerz-Panisch für den Gegner, Dash-Tech ist ein guter Wolf-Panisch. Ähm, der F-Smash ist richtig cool, auch supergut zum Killen. Ne, wenn ihr einfach nur den, ähm, Golf-Schläger benutzt, dafür müsst ihr keine Richtungseingaben machen, einfach nur S-Smash aufladen, dann bekommt ihr einen Golf-Schläger, der hat eine verdammt gute Reichweite, supergut an der Kante, kann mir den Gegner richtig gut mit weghauen. Bratpfanne killt nach oben früher und der Tennisschläger ist einfach etwas stärker als der Golf-Schläger. Ähm, ja, das hat tatsächlich schon gereicht, um Elite zu kommen. Könnt ihr auch versuchen, die Gegner, die schlechte Rekauris haben, versuchen mit der Rübe zu Edge-Gun. Einfach die Rübe Z-Droppen, in Luft Z-Drücken, also Grab drücken und dann lasst ihr die fallen und kann. Jumps klauen oder Rekauris mess-upen vom Gegner und dann bekommt ihr einen Early-Stock, eventuell. Bowser ist nicht schwer in die Elite zu bekommen, einer der einfachsten Chars in die Elite zu bekommen und, ja. AP Out of Shield ist verdammt gut, Frame 6, Side-B ist verdammt gut, Frame 6, Command-Grab. Wenn einer auf Plattform chillt, könnt ihr ihn einfach grabben, wenn er sehr defensiv ist, könnt ihr einen Area enttäuschen und dann für Side-B gehen. Ähm, für Tech-Chases habt ihr das Feuer, das Feuer könnt ihr generell auch als Landing-Mix abnehmen, macht super viel Schaden, 40% wenn alles richtig läuft, manchmal sogar mehr, manchmal weniger, kommt immer drauf an. Retreat-Fair ist gut, Retreat-Landing-Fair kann kaum gepanischt werden, verdammt gute Option. Bowser-Skill-Power ist insane, haut nicht einfach so irgendwelche Smashes raus, haut nicht einfach irgendwelche Down-Bs raus, wenn ihr oben seid, nicht einfach Down-B machen, das wird super hart gepanischt, macht lieber einen Down-Air, weil selbst das ist nicht die beste Option. Landet mit Fair, landet mit B-Reverse, New-To-B oder versucht es irgendwie zu mixen. Das Landing ist das größte Problem von Bowser, aber selbst da kann man kreativ werden, macht nicht einfach irgendwelche Down-Bs. Down-B ist einfach ganz gut, kann man an der Kante den Gegner gut ledge-Trumpen, wenn man die Distance kennt, kann sich an der Kante hinstellen, dann Down-B-Man, da hängt sich Bowser an der Kante, nachdem er die Down-B gemacht hat, Cover-Jump und der Gegner will ledge-Trumpen, wenn er nicht rechtzeitig reagiert, frisst er eine Back-Air oder eine andere Option von Bowser, und das ist relativ cool. Jab ist gut im Neutral, sehr schnell Option, sehr safe. F-Tilt, lingert sehr lange an der Kante. Und, ja, killt super early. After ist ein guter Juggle-Move, sehr stark. Haut den Gegner in die Luft, kamert sehr viel. Und, ja. Das ist eigentlich das Wichtigste, was man zum Bowser wissen muss. Alles klar, man kann ich überhaupt nicht, muss ich sagen. Einem der schlechtesten Charter-Kai, habe ich nicht viel zu sagen, aber ihr seht, er ist Elite, dieser Charakter. Ich habe eigentlich nur Side-B geswammt. Side-B, wenn ihr da das Mashed, also die ganze Zeit B drückt, Kommut in Ab-Air und das macht übelst viel Damage. Und die Ab-Air Kommut in weitere Ab-Airs, wenn ihr den DI des Gegners folgt. Also Side-B, Ab-Air, Ab-Air kann man machen. Ab-Tilt kommt auch in Ab-Air. Sonst habe ich Smash-Reads gemacht. Wenn Nana und Popo beide noch leben, dann kann man mit den F-Smashes zum Beispiel sehr, sehr früh killen. Ansonsten habe ich Short-Top Blizzard an der Edge sehr gemocht. Das ist die Down-B, der Blizzard. Wenn der Gegner eingefahren ist, kann man, wenn man das so kennt, wenn man ein bisschen mehr Ice-Clammer gespielt hat, dann kann man das Get-Off-Readen, wenn der Gegner auftaucht. Und dann kann man ein Ab-Air oder irgendeine Kill-Option machen und dann kann man den Gegner relativ early killen. Nette Sache. Und sonst kann man den Gegner auch ein bisschen nerven mit den, mit den U2B, mit diesen Eiszapfen. Aber passt auf, die Eiszapfen können auch zurückgeschläuert werden. Warum auch immer das so ist. Und passt auf, wenn Nana offstage ist, dass die nicht die abfallt, die wird vom Bot gesteuert, sobald die desinkt sind, geht am besten mit Popo hin, sammelt Nana ein und recovert ganz normal. Dann verliert er Nana nicht so früh. Sheik, ja, Sheik ist nicht einfach. Sheik hat viele Probleme. Sheik hat viele Kill-Probleme. Aber, ganz ehrlich, die Kombos ganz gut kann mit Sheik. Dann kann man mit Sheik schon ganz gut zerstören. Forward-Air-Kommod ganz oft in sich selbst. Forward-Throw, Forward-Air ist eine Kombo. Forward-Throw, Bouncing-Fish eine Kombo. Down-Throw, Up-Air ist eine Kombo. Down-Tilt, Drag-Down-Up-Air. Down-Smash ist zum Beispiel ein Kill-Confirm mit Sheik. Needles kann man gut benutzen, um Approach zu erzwingen. Needles kann man gut aus der Luft benutzen, um Kombos zu ermöglichen. Back-Air kaffert voll viel. Ist gut zum Edge-Gun. Bouncing-Fish. Na, verdammt gut. Verdammt gut. Für Sheik-Verhältnisse, gute Kill-Power, gut zum Edge-Gun. Gut zum Kombon. Die Side-Bee könnte er an der Kante fallen lassen. Kann man auch Early-Kills mitbekommen. Gegen schlechte Recurries natürlich, obviously, nur. Man kann auch nochmal das Mix-Up bei höheren Prozenten. Down-Throw, Up-Bee, wenn der Gegner Air-Dodge, kann man natürlich dann auch einen Early-Kill bekommen, weil die Up-Bee extrem früh killt mit Sheik. Und New-To-Air ist cool. New-To-Air into Bouncing-Fish. Komm auch noch bei höheren Prozenten. New-To-Air ist verdammt gut. Landing-New-To-Air, Out-Of-Shield-New-To-Air. New-To-Air ist verdammt gut, nutzt die New-To-Air. Verdammt guter Move von Sheik. So, kommen wir jetzt zu Zelda. Zelda ist auch nicht so mein Charakter, muss ich ganz ehrlich sagen, aber man kann halt die Saison nicht spielen. Wenn der Gegner bei euch in Nähe ist und ihr wirklich Out-Of-Shields oder generell was Punishen könnt, dann benutzt die Fair-Dark. Damit könnt ihr sehr, 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 sehr frühe Kills mitbekommen. So auch mit Back-Air. Muss natürlich gesweat-spot sein, aber es ist viel einfacher als in Smash 4. Edge-Garn kann man super gut mit Down-Air. Es führt auch zu super Early-Kills. Selbst wenn es nicht Sweet-Spot ist, kann man den Gegner spiken. Die New-To-Be reflektiert Geschosse und Break-Kombos ist eine verdammt gute Landing-Option und super schnell, super nervig für den Gegner. Side-Beast ist gut zum Chasen, wenn der Gegner Off-Stage ist. Das Phantom ist generell nervig, covert sehr viel und zwingt den Gegner in Defensive und davon konntet ihr natürlich auch profitieren. Generell für Kombos benutzt ihr Down-Throw und New-To-Air. Das war die Haupt-Kombo von Zelda. Bei höherem Prozent ein Down-Throw-Up-Air. Und ja, Out-of-Shields sonst noch. Wenn der Gegner unsaved gespielt hat und gespaced hat auf euer Shields, könnt ihr Out-of-Shield-Abby machen und drückt dann nach oben und das ist ein super Early-Kill-Kampfer. Der Gegner, der nicht aufpasst auf euer Shields, Out-of-Shield-Abby killt teilweise bei 60. Kommt auf den Gegner an. Dr. Mario ist generell ähnlich wie Mario und nur viel stärker und mit einer schlechteren Recovery und anderen Kombos, obviously. Aber ja, Dr. Mario Back-Ass-Facing, New-To-Islam gut. Grab, Up-Air, into Re-Grab, Up-Air, Up-Air zum Beispiel ist eine verdammt gute Sache. Pillen kann man benutzen zum Approachen. Pille, into Grab. Pille, also shorter Pille und dann mitlaufendem Grab. Kann funktionieren. Gerade auf schwächerem Niveau funktioniert das gerne mal. Tornado ist super nervig. Tornado hilft beim Recovern auch und ja, der Gegner kann super einfach damit geteased werden. Weil Tornado ist nicht nur gut, um zurück ins New-To-Zung gelangen. Der Tornado ist nicht nur gut, um zu mixen. Der Tornado ist nicht nur gut als Recurray, er ist auch verdammt gut zum Edge-Gun. Er könnte halt mit dem Tornado Edge-Gun und es killt teilweise bei 60%, wenn er den Gegner mit trefft. Verdammt gute Option. Upsmash an der Kante. Killt auch super early. Einfach on Reaction Upsmash machen an der Kante. Verdammt gut. Was gibt's sonst noch? Be out of shield ist verdammt stark. Killt sehr früh. Und ist halt easy damage, den man da bekommt. Und ja, das ist Dr. Mario. Und nun zu Pichu. Ja, Pichu stirbt halt früh, aber ist halt eine Kommomaschine, da müsst ihr die Kommos lernen. Ne, die ganzen Combo-Starter, wie up-to-down-to-to grab. Die ermöglichen so viele Comboes. Man kann die Aerials alle miteinander chaden. Auch Lightning-Loopes ist natürlich eine gute Sache. Wenn du Luft-Backherr bekommst, dass man das dann in Richtung unfasst wollt, um seine Kommos zu extenden. Verdammt geil. F-Smash super stark. Der F-Tilt trippt und ermöglicht bei Low-Prozent ein Grab. Ansonsten ein Versuch zu Edge-Guarden mit Pichu, er ist ein verdammt guter Edge-Guarder, killt verdammt früh beim Edge-Guarden und der Town Smash an der Kante ist zum Beispiel auch gut, kann 2-Frame, kann verdammt früh killen, covert viel, verdammt stark und Thunder Joel ist natürlich super, ist noch stärker als der von Pikachu, macht Pichu aber auch allerdings leider selber ein bisschen Schaden, was natürlich nicht so cool ist, aber kann einen auch Grabs ermöglichen, kann den Gegner nerven, ja. Und benutzt nicht die Abi im Neutral, denn, ähm, anders als bei Pikachu hat Pichu keine Hitbox bei der Abi, was sehr schade ist. Falco ist auch nicht einer meiner besten Charaktere, aber der Abzelt ermöglicht einige Kombos, Abzelt ist wirklich ein Monstrum, nutzt der Abzelt als Anti-Air und als Kombostarter, ansonsten Back-Air-Spacing ist verdammt gut, Back-Air-Killt super early bei höheren Prozent in Abzelt, Kombotauern, Back-Air. Ansonsten Jumps catchen mit Neutral und Forward-Air, verdammt gut mit Falco, Laser um ein bisschen den Gegner offstage zu unterbrechen, um eventuell Jumps zu klauen, generell den Gegner zu approachen, zu zwingen. Und, ja. Abzelt nutzen, um Kills zu bekommen als Anti-Air und ansonsten für Hard Punisher ist natürlich der Abzelt nutzen. Marv, Lucina, fasse ich mal zusammen. Marv wollte ja natürlich, ja gut, ich weiß nicht, ob ich das wirklich zusammenfassen kann. Marv, wollt ihr so eine Blase vor euch haben. Und diese Blase ist die Tipper-Range. Ihr wollt immer auf dieser Tipper-Range bleiben, um maximalen Value aus Marv rauszukriegen. Die absolute Power rauszubekommen aus diesem Charakter. Das Neutral spielt sich aber ähnlich bei Marv und Lucina. Das ist halt der größte Unterschied, dass Marv ein defensiverer Charakter als Lucina einfach ist. Retreat Neutral, Downsilt im Neutral sind verdammt gut. Fair im Neutral ist verdammt gut. Und Edge-Gun sollt ihr mit Marv und Lucina, mit Forward-Air, mit Back-Air verdammt gut. Up-B-Out of Shield nutzen, Landing-Up-Air into Combo, Landing-Up-Air, Uptilz, weitere Up-Airs. Verdammt gutes Combo-Potential. Wenn ein Gegner super defensiv ist, nutzt die New-To-B für Shield-Break. Nutzt die Side-B für Spot-Dutch-Punishes. Und ja, generell auch zum Schadensaufbau, weil es schon relativ viel Schaden macht, Dancing-Blade. Und ja, das ist eigentlich alles, was man wissen muss für Marv und Lucina. Young Link ist natürlich der absolute Spammer. Einfach Bumerang-Spam, Bomb-Spam und Fire-File-Spam. Nein, so ist es natürlich nicht. Young Link hat auch Auto-Cancel-Arials. Ihr könnt zum Beispiel mit New-To-Air landen und dann könnt ihr wieder Rising-New-To-Air machen. Ihr könnt Back-Air-Landing machen und dann wieder quasi in anderen Areas machen. Also alle Areals sind Safe und Shield Auto-Cancel. Außer Down-Air ist nicht so Safe und Shield. Aber sonst sind gefühlt alle Areals Safe und Shield. Das sollte man auch nutzen. Wenn ein Gegner aus Luft kommt, sollte man das mit Bumerang abdecken, was ich euch ja schon bei Link auch gesagt habe. Bomben into Combo, Bombe into Fire-File oder Feuer-File into Bombe into Forward-Air, Bombe into Forward-Air, Bumerang into Forward-Air. Bumerang gemasht on Shield, wenn man direkt neben den Gegner steht, ist das auch Safe, by the way. Nutzt die Projektilweise, nutzt die Projektil zum Combo und nutzt die Projektil zum Killen, um mal Kill Confirms zu bekommen. Abbie out of Shield ist eine verdammt gute Option. Wird niemals den Kill bekommen bei Youngling. Aber Combo, abbie out of Shield into Up-Air in den meisten Fällen oder into Back-Air. Je nach DI, auf jeden Fall ist das alles, was man zu Youngling wissen sollte jetzt erstmal, um ihn in den Lead zu bekommen. Gendorf, New-To-Air ist euer Freund, New-To-Air ist verdammt gut. Sehr, sehr schnell, sehr, sehr stark. Combo macht sehr vieles richtig, der Move. Dash-Tack ist auch verdammt gut, Combo ebenfalls. Sehr guter Wolf-Punish, Gendorf rennt nach vorne und ermöglicht wirklich sehr leichte Combos, sehr Early-Damage. Dash-Tack, ab er, was weiß ich, hat der Gegner schon direkt 40%. So strong. Natürlich nicht einfach on Shield, jetzt Dash-Tack, man, auf das gegnerische Shield, das sollt ihr nicht tun. Natürlich nur als Wolf-Punish benutzen. Wenn der Gegner sehr defensiv ist und ihr dem Gegner Angst gemacht habt und der Gegner die ganze Zeit shield, dann nutzt ihr Side-P. Legend of Side-P bringt auch sehr viel aus dem Konzept. Remember, Gendorf-Side funktioniert in diesem Spiel nicht mehr. Gendorf stirbt zuerst, funktioniert natürlich trotzdem noch, wenn der Gegner eine schlechte Recovery hat. Und eben Stock-Leat-Side, dann könnt ihr natürlich auch versuchen, für ein Gendorf-Side zu gehen. Einen Gegner mit in den Abgrund zu nehmen mit der Side-P, für die, die nicht wissen, was das ist. Aber ansonsten halt, Autosheed New-To-Air, Rising New-To-Air, verdammt gute Option. Dash-Tack als Wolf-Punish. Side-P, um Shield zu durchbrechen und manchmal kann man auch Daumbi benutzen, um manche Projektie zu annulieren, dann durch ein Opening zu bekommen. Daumbi-Ledge cancelt auch, wenn ihr es richtig macht. Nette Sache, Ab-Air natürlich. Wenn der Gegner über euch ist, super strong. Back-Air auch verdammt stark, wenn ihr in Richtung Greed bekommt. Und Ab-Smash an der Kante ist auch gut. Gendorf sollte aber nicht zur Kante gucken, sondern weg von der Kante und dann könnt ihr ruhig die Ab-Smash aufladen. Kann fast nie gepanisch werden, weil er so stark ist, weil er so eine gute Range hat. Kann man verdammt viel, extrem gut. Gendorf ist auch nicht schwer in die Elite zu bekommen. Mewtwo, da wollt ihr Shadow Ball immer aufladen. Shadow Ball, der nicht voll aufgeladen ist, hat mehr Combo-Potenzial. Kurz vor der vollen Aufladung aufhören und dann auf den Gegner schleuen. Selbst wenn ihr den Gegner schielt, bekommt ihr sehr oft einen Grab. Wenn der Gegner getroffen wird vom Shadow Ball, könnt ihr Kombos starten mit Downtill. Downtill ist ein verdammt guter Combo-Starter. Falling-Up-Air ist ein verdammt guter Combo-Starter. Dann könnt ihr wirklich weitere Up-Air-Chain, könnt ihr Back-Air-Chases machen. Und das macht alles so viel Schaden. Die Fähr von Mewtwo ist auch verdammt stark. Frame-3, Killed super early, Combo verdammt gut. Mewtwo, sollte auch nicht so schwer sein, Elite zu bekommen. Übrigens, zum Jump-Catchen ist die Mewtwo-Air verdammt gut. Gute Range, gutes Combo-Potenzial. Auch kurz vorm Ende der Animation könnt ihr einen Fast vollen und habt dann auch mehr Combo-Potenzial bei Mewtwo-Air. Also, damit ein bisschen rum experimentieren. Wird schon. Side-B auch, um die Defensive zu sprechen. Bei höheren Prozenten, also wenn der Gegner hohe Prozente hat, habt ihr sogar Frame-Vorteil und könnt sehr oft eine Forward-Air dadurch bekommen. Roy, den wollt ihr aggressiv spielen. Den wollt ihr Button-Mashy spielen. Natürlich bedacht, aber schon sehr Button-Mashy, denn sehr vieles von Roy ist einfach safe, wenn ihr mal In-Your-Face spielt. Sehr gute Moves sind Newtwo-Air, F-Tills. F-Tills ist super gut zum Killen. Die Side-B ist sehr tricky zu nutzen, aber... Kann sehr, sehr rewarding sein, wenn man es richtig macht. Wenn ihr Forward-Engelt, Ab-Engelt, Forward-Engelt macht mit der Side-B, dann kriegt ihr teilweise Kills bei 60% mit Roy. So krass kann das sein. Also super gut zum Killen, die Side-B. Landing-Up-Air ermöglicht einige Combos. Landing-Up-Air hinterm Gegner ermöglicht eine Combo in der Back-Air. Für Early-Damage, Down-Throw-Up-Air ermöglicht auch sehr, sehr viele Combos. Man kann sonst noch für Down-Throw-Neutral gehen. Wenn ihr Down-Tills benutzt, habt ihr Möglichkeiten zu Tech-Chase. Und wenn ihr den Tech-Chase bekommt, wenn der Gegner irgendwie predictable spielt, geht für den F-Smash. Der F-Smash killt so früh, wenn er den Strong-Hit bekommt mit Roy. So extrem früh, bei 50% teilweise schon. Und das wird dann richtig belohnt. Super, super strong. Ab-Auto-Shield kann gut sein. Hat Amor. Killt bei 140%. Sehr viele Charaktere. Joa. Chrom ist ganz anders als Roy. Deswegen werde ich den auch jetzt hier anders behandeln. Bei Chrom ist es so, den sollte man schon ein bisschen safer spielen. Weil er eben halt nicht diese Roy-Mechanic hat. Dass wenn man nah am Gegner drinsteht, dass man dann Strong-Hit bekommt. Mit Chrom macht man sehr viel Rising, Neutral-Air-Combo-Damets. Man macht sehr viel Cross-Up, Landing-Up-Air und ermöglicht damit seine Kombos. Landing-Up-Air, Back-Air ist zum Beispiel eine Kombos. Landing-Up-Air, Forward-Air. Dancing Blade, auch wieder für Spot-Touch-Punish. Generell zum Damage-Aufbauen bei Early-Prozent. Dancing Blade kann man auch zum Jab-Locken benutzen. Als Skill-Confirmes hat man mit Roy, mit Chrom und Roy actually, lustigerweise, habe ich gar nicht gesagt bei Roy. Jab, Back-Air. Und dafür muss man Reverse-Air-Rush trainieren. Das ist aber wirklich ein Kill-Confirm, den man können sollte mit Chrom. Landing-Up-Air, Back-Air. Das ermöglicht so viele Early-Kills. Abbie Out of Shield mit Chrom. Das ist absolut amazing. Mit Chrom und Roy ist auch die New-To-Beer an der Kante sehr gut. Zum Two-Frame. Verdammt gute Option. Sliding-F-Tills sollte man auch können mit Chrom und Roy. Da man dadurch einen besseren Dash-Tag-Ersatz hat, weil Dash-Tag nicht gut ist, macht es gleich was. Sliding-F-Tills macht nur viel unsafe. Deswegen lernt den Sliding-F-Tills. Da kann man auch Kills mitbekommen. Ansonsten natürlich auch wieder Down-Tills, Into-Tag-Chase, F-Smash. Gute Options. Fort-Air. New-To-Air, New-To-Beer nutzen. Back-Air-Chase machen für Early-Kills. Und natürlich Cross-Up-Landing-Up-Air. Verdammt gute Options mit Chrom. Wenn ihr das alles beherrscht, kein Problem, den Elite zu bekommen. Recovery ist natürlich nicht so gut. Muss man ein bisschen mit aufpassen. Eventuell auch mal mit Air-Dodge recoveren, wenn es geht. Double-Jump-Air-Dodge. Weil die Recovery sehr leicht exposed werden kann. Mr. Game & Watch ist auch nicht schwer, den Elite zu bekommen. Man hat eine sehr gute API. API Out-Of-Shield. Frame 3. Com-Mode. Macht alles für Game & Watch. Es ist super schwer, Game & Watch überhaupt zu challengen, weil er die API hat. Man kommt mit der API aus dem Disadvantage raus. Man hat eine super gute Recover-Meter-API. Man hat eine ultra gute API Out-Of-Shield-Option, die ehemals sogar Com-Mode. Ne, API Out-Of-Shield. New-To-Air. Com-Mode. Dann kann man manchmal noch aberst hintersetzen. Verdammt krass. Back-Air ist gut. Sehr lang active. Der Hit. Super gut zum Edge-Garden. Super gut im Neutral, um Aerials vom Gegner zu challengen, weil es Disjoint ist. Down-Air kann man gut zum Edge-Garden benutzen. Short-Up Down-Air. Ist auch Disjoint, der Schlüssel. Killt verdammt früh. Kann man benutzen zum Land als Mix-Up, wenn der Gegner nicht mit rechnet. Weil es Disjoint ist, kann man sehr viel mit challengen. Neutral ist euer Combo-Move. Down-Thrill Neutral. Neutral generell ist gut, wenn der Gegner auf Plattform ist, um Pressure aufzubauen. Wenn der Gegner shieldet oder um Kombos zu ermöglichen halt. Ab erst, einfach um den Gegner zu nerven, wenn der Gegner über euch ist, um das Laden des Gegners zu verhindern, um Jumps eventuell dem Gegner zu stehlen. Und der Down-Smash an der Kante ist verdammt eklig. Down-Smash, Buried oder Killed an der Kante, covered sehr viel. Und die Neutral-Beat ist auch verdammt gut an der Kante. Combo zu einem Down-Smash und nervt den Gegner super, super extremst. Also man kann sehr gut Ledge-Trapping mit der Neutral-Beat betreiben. Ja, Game & Watch ist nicht schwer, eine Elite zu bekommen. Ach ja, und Falling Neutral-Air, Combo auch in Down-Tilt. Und der Down-Tilt killt verdammt early. Könnt ihr auch vielleicht den ein oder anderen mit schießen. Meta-Nights, Dash-Tag, Dash-Grab sind eure Freunde. Dash-Tag into Combo, Dash-Tag Up-Air, Dash-Tag Up-Tilt. Ne? Up-Tilt in Up-Air. Dash-Grab, Combo in Up-Smash by Low-Prozent. Später natürlich auch in Up-Air, so in Reverse-Area, Back-Air. Und ja, generell wollt ihr mit Meta-Nights sehr, sehr viel Edge-Guard haben, weil er ein der besten Edge-Guard im Spiel ist, mit seinen Multi-Jumps, mit seinen Areas, die super schnell rauskommen. Die Back-Air ist lang aktiv, die Neutral-Air-Card viel, die Down-Air führt zu Stage-Spikes, wo der Gegner nicht mitrechnet. Also, verdammt guter Edge-Guard, versucht den Gegner Off-Stage zu bekommen, dann bekommt ihr auch eure frühen Kills mit Meta-Night. Pit und Dark-Pit. Also, ich kann jetzt schon mal sagen, Dark-Pit ist nicht so gut im Nerven des Gegners, weil seine Pfeile nicht so gut beeinflusstbar sind. Er killt früher eine Edge, weil er ein anderes IP hat, aber ansonsten gibt es da keine Unterschiede. Ja, Pit, Out-of-Stead, Neutral-Air ist eine gute Option. Generell wollt ihr einen Grab bekommen bei Low-Prozent, Down-Throw, Down-Air, Neutral-Air ist zum Beispiel eine Combo. Forward-Air, um Aerial-Approaches zu stoppen, Neutral-Air, um Aerial-Approaches zu stoppen. Neutral-Air ist ein guter Combo-Starter. Ihr habt mehrere Jumps, die solltet ihr auch clever nutzen. Pfeile im Neutral immer verwenden. Im Short-Hop haben die Pfeile lustigerweise auch weniger Lag, kann man gut verwenden. Im Short-Hop, weil Pit dann schwieriger gepanischt werden kann. Was ich immer gerne mache, ist Landing. Fair into Downtills into Upsmash, das geht bei Low-Prozent. Generell Back-Air-Spacing ist verdammt gut. Safe on Shield, macht viel Shield-Pressure. Und ja, wenn das Shield angeknackt ist, können die das IP hintersetzen und für den Shield-Break gehen. F-Tilt, Max-Range gespaced mit Tipper, ist verdammt gut an der Edge. Fort-Throw ist eure Kill-Option, was Graves betrifft. Und ja, Downtill ist ein verdammt guter Combo-Starter im Neutral. Ja, das ist ein bisschen was mit Pit. Und genau, beim Landen könnt ihr ja Mix um, indem ihr die Orbitare nutzt. Die Orbitare ist die Down-Beer und drücken den Gegner ein bisschen weg und reflektieren sogar Projektile. Netter Move. Siegustus-Samus. Ja, benutzt die Gun, um Combo's zu starten. Benutzt Landing-New-To-Air-Combo's zu starten. Benutzt den Down-Swash an der Kante, der ist ziemlich eklig. Lernt die Flip-Kill-Confirms. Benutzt die Ab-Beer-Out-Of-Shield. Die Ab-Beer ist tatsächlich Frame-4. Von Kill-Verdammt-Früh. Kommt aus dem Disadvenge mit der Daumen-Beer raus. Geht für die Up-Air-Juggles. Und benutzt nicht den Down-Throw oder Up-Throw. Wir sind hier nicht in Smash 4. Nutzt den Forward-Throw für Tech-Chases. Verdammt gut zum Tech-Chasen der Forward-Throw von Zero-Suit-Samus. Und die Side-Beer, wenn ihr die gedrückt haltet, Combo's, wenn ihr die nicht gedrückt haltet, killt sie. Das wissen auch viele nicht. Viel Spaß mit Zero-Suit. Vario, ja, lernt die Warft-Confirms. Zum Beispiel Nutri-A into Warft. Up-Tilt into Warft. Um Early-Kills zu bekommen. Nach 1 Minute 58 ist der Furz vom Vario komplett aufgeladen. Und damit kann man wirklich sehr, sehr früh Kills kriegen. Der Biss kann gut zum Land benutzen, wenn der Gegner im Schild ist. Weil dann bekommt ihr ein bisschen Heilung und durchbrecht die Defensive und kommt vor 3 ins Nute zurück. Und bekommt Adventure-State geschenkt. Im Nute wollt ihr Forward-Air, Retreat-Forward-Air benutzen. Der Move lingert sehr lange, führt zu Tech-Chase und ist generell hard to deal with, wenn man keinen Disjoints hat als Gegner. Back-Air ist eine gute Kill-Option. Nute ist verdammt gut Auto-Shield. Nute-Air-Combo. Nute-Air-Möglichst so viel. Up-Tilt ist verdammt guter Anti-Air-Move. Combo. Gegner wollt ihr juggeln mit vielen U-Airs. Der U-Airs ist so strong. Und Combo sehr oft in sich selbst. Das Bike wollt ihr hauptsächlich in diesem Spiel nur zum Recurry nutzen. Eher selten im Neutral, denn Barri bekommt erst nach 6 Sekunden das Bike. Das heißt, wenn das Bike benutzt wurde und ihr Off-Stage geworfen werdet, seid ihr meistens tot. Irgendwas-Bike mit bedacht. Ja, Down-Tilts kommt in sich selbst. Und die Down-Tilt-Kombos könnt ihr mit F-Tilt oder mit Dash-Tag enden lassen. Und generell, der F-Tilt ist verdammt gut an der Kante zum 2-Frame. Und ist eine gute Kill-Option. Die Smash ist für mich von Mario und nicht benutzen. Es sei denn, den Up-Smash für Hard-Reads. Der Up-Smash ist ganz gut, aber 4-Smash und Down-Smash sollt ihr vermeiden. Snake lernt die Set-Ups mit Snake, lernt mit den Granaten umzugehen, lernt mit der Up-Smash umzugehen, lernt ein bisschen Let's-Trap-A-Mit-Snake, lernt mit Nikita umzugehen. Das ist ein technischer Teil, da muss man ein bisschen Zeit investieren, um mit denen gut zu sein. Ansonsten, Kombos bei Low-Prozent, 0%. Up-Fro, Up-Sails ist auf jeden Fall eine Kombo mit Snake. Ansonsten könnt ihr auch eine Granate confirm. Granate, wenn die richtig liegt und richtig explodiert, kann ein Up-Smash-Kombon. Ihr könnt mit Up-Smash-Spam tatsächlich Ledge-Prapping betreiben, an der Edge einfach Up-Smash machen. Dann könnt ihr weitere Up-Smashes machen, in eine andere Richtung oder für Down-Smash gehen, um möglichst viele Ledge-Options zu covern. C4 würde ich immer auf Plattformen platzieren, das möglichst viel abdeckt und auch bei den meisten Stages unterhalb der Plattformen trifft, wenn ihr es in Luft jagt. Generell im Disadvenge-State wollt ihr mit Snake High-Recoveren, dann Down-B-Reverse machen, um eure Landings zu mix-upen und natürlich auch die Granate reversen, B-Reversen, um eure Landings zu mix-upen und dann kommt ihr auch tatsächlich aus dem Disadvenge-State ganz gut raus. Wenn ihr gecommodet werdet, versucht B zu drücken, denn die Granaten sind Frame 1 und können sehr viele Combo-Sprayen. Und versucht, wenn ihr Low-Recount mit Snake, nach der Up-B einen Air-Dash zu machen, da dann der Cypher abfliegt und meistens den Gegner dahinter ist. Kommen wir nun zu Ike. Ike ist der Nähr-Simulator schlechthin. Landing-Nähr ermöglicht die besten Kombos, die hat. Bei Low-Prozent Landing-Nähr einen Ab-Tilt. Bei höheren Prozenten Näher into Näher oder Näher into Up-Air. Ihr müsst aber die Landing-Nährs gut mix-upen, indem ihr mal näher macht, mal Tomahawk. Was ein Tomahawk ist, das werde ich euch jetzt erklären. Tomahawk ist ein Fast-Fall into Grab. Wenn der Gegner mit einem Hit rechnet, dann fast wollt ihr und bekommt dann eben halt lieber den Grab. Grab-Kommos von Ike sind bis 40% Down-Frow, fair. Ab 50% oder 40% plus könnt ihr für Up-Frow gehen. Up-Frow fair. Das ist sowas, was Ike hat. An der Kante, F-Tilt, verdammt gut zum Killen. Verdammt eklig, killt super early. Und was ihr auch an der Edge machen könnt, ist nämlich New-To-Air into Back-Air. Also Reverse New-To-Air into Back-Air. Das ist auch ein Kill-Confirm, den Ike hat. Verdammt gut. Bei Recovern, Cyp-I erst aufladen. Wenn ihr den Gegner trefft, könnt ihr sogar nach der Cyp-I noch Up-B machen und dann kommt ihr auch ganz gut zurück. Versucht immer mit Cyp-I die Edge zu aimen. Und die New-To-B ist verdammt gut zum Two-Frame. Wenn einer schlechte Recovery hat, laden New-To-B auf. Easy zu Two-Frame. Sehr lange aktiv, die Edge-Box. Pokémon Trainer. Ja, besteht aus drei Charakteren. Ballow-Prozent benutzt die Shiggy bis 60%. Up-Frow, Up-Air ist eine Combo. Und, ja, Down-Frow kann sehr viele Kombos ermöglichen. Man kann gefühlt alle Aerials nach den Down-Frow kommen außer New-To-Air. New-To-Air geht nicht so gut. Man könnte ja relativ kreativ werden, lernt die Kombos mit Shiggy. Generell, Cyp-I ist sehr gut, um aggressive Options vom Gegner zu besiegen und, ja, ein Opening zu finden. Aqua-Canada lohnt sich aufzuladen, um den Gegner in Disadventure zu spielen. Oder wenn der Gegner einen Jump geburned hat, dass man eben halt, ja, den wegspült, sodass er eben halt für den Double-Jump gehen muss. Und dann könnt ihr eben halt das Landing abfangen mit Shiggy. Bei 60% wechsle ich dann immer gern zu Ivysaur. Bisa Knosp. Mit Short-Top, Side-B kann man sehr viele Kombos ermöglichen. Short-Top, Side-B into New-To-Air. Short-Top, Side-B into Fair. Short-Top, Side-B into... Up-B. Je nachdem, wo der Gegner hinkommt. Back-Air ist verdammt safe im Neutral, kann man gut spacen. Landing-Forward-Air kommt in Up-B. Auch verdammt gut im Neutral. Details wollt ihr nicht benutzen. Dash-Tack wollt ihr nicht benutzen mit Ivysaur. Back-Throw killt verdammt early. Bei Shiggy ist übrigens der Forward-Throw, der relativ gut killen kann. Down-Air benutzt ihr, um den Gegner zu spiken. Verdammt gut, verdammt große Hitbox. Verdammt gut an der Edge zu benutzen. Wenn ihr den Gegner in Luft habt, wollt ihr ihn mit der Up-Air-Jugglen. Auch verdammt große Hitbox, macht verdammt viel Schaden, killt verdammt früh. Er könnte auch mit der Up-B durch die Stage planken. Und das kann auch einige Gegner nerven. Und auf Guard bringen. Das ist auch ne gute Option. Was weiß ich, die Ivysaur. Neutral out of shield ist sonst euer Go-To-Option mit ihm. Kommen wir nun zu Gluwok. Ja, bei Gluwok ist es so, ich benutze ihn mal gerne bei höheren Prozent 100+. Weil gefühlt dann alles killt, was Gluwok hat. Und er auch sehr lange überlebt. Und er auch die Recurry verbessert vom Pokémon-Trainer, weil er drei Jumps hat. Und ne Abi, die selber nach oben geht. Wenn man die drei Jumps mit einkalkuliert zumindest. Bei Gluwok killt ziemlich alles. Forward-Air ist verdammt gut zum Edge-Gun. Back-Air ist verdammt gut zum Edge-Gun. Insane Reichweite, wenn ihr den Tipper bekommt, killt er teilweise bei 60%. Up-Smash ist verdammt gut der Out-of-Shield-Option. Frame 6, Multi-Hit. Super stark, super schnell. Abi ist auch gut auf Shield. Hat sogar bei Frame 3 schon super Armor. Verdammt heftig. Feuer ist natürlich gut an der Kante. Down-Smash ist gut an der Kante zum True-Frame. Ja. Das ist eigentlich alles, was man zu Gluwok sagen sollte. F-Till ist noch gut, wenn man den richtig spaced, wenn man da den Tipper trifft. Auch super stark, super krasse Option. Ja. Das ist Glurak. Das Pokémon-Trainer. Diddy Kong. Natürlich die Banane abusen. Bananen sofort ziehen. Bananen kommen aus meinem Bananen into Grab. Bananen into Up-Frow. Back-A-Back-Air. Für Early Damage. Für Easy Damage. Wenn der Gegner halt in Defensive gezwungen ist und eure Bananen zu sehr respektiert, geht ihr immer für Side-Bs. Command-Grab. Baut somit immer mehr Damage auf. Zwingt den Gegner wieder ein bisschen weniger in Defensive zu gehen. Und dann könnt ihr wieder mit der Banane kommen und so weiter. So war schon immer mein Diddy Gameplay und das hat sich schon immer bewährt. Das ist eine gute, gute Sache. Ja, auf Bananen und Side-B zu gehen. Ja, Bananen ist draußen. Gegner ist im Shield gezwungen. Side-B. Gegner respektiert. Die Banane wieder weniger. Geht man wieder mehr auf Bananen. Downtilt ist sonst noch ganz gut. Downtilt in Combo. Downtilt bei Low-Prozent in Down-Smash. Downtilt in Grab. Downtilt kann gegen manche sogar auch bei höheren Prozent in Up-Smash-Combos. Ansonsten Combo Downtilt bei höheren Prozenten in Back-Air oder in Forward-Air. Was auch zum Kill führen kann. Wenn ihr irgendwie ein Hard-Read habt, könnt ihr die Abi nutzen von Diddy Kong. Die killt auch relativ early. Ansonsten um Kills zu bekommen mit Diddy Kong. Bei ganz, ganz hohen Prozenten 180 plus. Fort-Throw, Back-Throw. Die können dann Edge killen. Ansonsten natürlich Banane-F-Smash, Banane-Up-Smash. Downtilt-Up-Smash gegen manche Chars geht das halt nur. Aber ja, so kann man den Kill bekommen. Ansonsten Auto-Shield-Option mit Diddy Kong. Definitiv Abi-Auto-Shield. Super-strong, super-geil. Bei Low-Prozent könnt ihr das sogar in die Explosion kommen wollen. Abi-Auto-Shield into Explosion. Das ist eine True-Combo mit Diddy Kong. Peanut-Gun könnt ihr benutzen im Neutrum, den Gegner einfach zu nerven. Das Adventure-Game von Diddy Kong ist sehr, sehr gut. Da er die Side-Biard, die Double-Jumps hat und generell ein sehr schneller Charakter ist. Man kommt sehr leicht wieder zurück ins Neutrum mit diesem Charakter. Lukas. Ja, Pick-A-Fire im Neutrum benutzen. Pick-A-Fire ist anders als Warnes. Das kann besser gespammt werden. Das kann Luft easy benutzt werden, um den Gegner in Luft abzufangen, um easy Damage aufzubauen. Generell wollt ihr auch das Shield Neutrum oder auch das Shield Down-Air benutzen. Super gute Out-of-Shield-Options mit Lukas. Ihr könnt Grab-In nutzen. Down-For-Fair ist zum Beispiel eine Combo mit Lukas, die er hat bei Low-Prozent. Ansonsten Up-Air für Juggles. Back-Air für Spiken Off-Stage oder Down-Air zum Spiken Off-Stage. Da spiked aber nur immer bei den Moves der Letzte ist. Sonst lernt Jump-Cancel sehr für einige nette Advanced-Kombos von Lukas. Und ja, den Psy-Magnet könnt ihr zum Stall benutzen. Der Psy-Magnet-Kombot auch in Fair. Der hat ein bisschen mehr Knockback als der von Ness. Und ja, PK-Freeze ist sehr gut. Wenn ihr den Gegner nach dem PK-File weggeschleurt habt und der Gegner schon einen höheren Prozent hat, wenn ihr den dann nicht abfangt und trefft mit dem PK-Freeze, ist der schon bei 80% gerne mal tot. Wenn ihr ihn an der Edge trefft. Nette Option. Sonic Ja, Side-B in 2-Combo natürlich. Generell nutzt den Speed von Sonic, versucht die Gegner teilweise sogar zu timeouten. Wenn Sonic ein Lead bekommt, ist das super eklig, super scary zu bekämpfen. Manche Kombos könnt ihr enden lassen. Also die meisten Kombos könnt ihr einfach enden lassen, indem ihr ganz schnell B-Mashed, also New-to-B-Mashed. Was sehr schwer zu punishen ist für die meisten Gegner. Bei Low-Prozent geht ihr für Side-B-Ford-Air. Bei Low-Prozent ein Side-B-Up-Air. Generell euer Flow-Kombos, Up-Ford-Up-Air. Wenn ihr an der Edge einen Grab bekommt, geht ihr für Down-Ford, versucht einen Back-Air-Edge-Gut zu bekommen mit Sonic. Und ja, versucht den Gegner oben zu halten, versucht den mit Up-Air, versucht den Gegner zu chasen mit Back-Airs, weil die Back-Air super strong ist. Und versucht auch aus Kombos rauszukommen, indem ihr Abi nutzt. Die Abi ist sehr schnell von Sonic und dient auch gerne mal als Combo-Breaker. Kündigte Idee basiert sehr viel auf die Gordos. Gordos kann man verschieden benutzen. Man kann natürlich einen Slow-Gordo machen, indem man einen Side-B drückt und dann direkt nach oben drückt. Dann fliegt der vor die Idee und wird nicht direkt auf den Gegner katapultiert. Wenn ihr das gut im Balance haltet, weiß der Gegner nicht, wie der Gordos auf ihn zukommt. Das macht euch dann ein bisschen unberechenbar. Throw-Kombos, Down-Ford, New-To-Air bei Low-Prozent. Ansonsten bei höheren Prozenten Down-Ford-Fair. Ist eine gute Option mit DDD. Up-Till ist ein guter Anti-Air-Move. Sogar Disjoint ermöglicht auch Kombos. Kommut in sich selbst und bei höheren Prozenten in Up-Air. Landen kann DDD nicht so gut, aber wenn ihr es gut mixt habt mit den ganzen Jumps, mit den Multi-Jumps, die ihr eben halt habt. Und mit Fast-For-New-To-Air oder anderen Landing-Options, die ihr habt, mal Back-Air, New-To-Air, Forward-Air. Dann kann man auch ganz gut ins New-To-Air zurückkehren. Wenn der Gegner Angst vor dem Landing von DDD hat, kann man auch Fast-For-Into-New-To-B-Man, weil das ein Command-Grab ist, das Einsaugen und die Defensive des Gegners durchbrecht. Lernt Ledge-Trapping mit DDD. Das war ziemlich das Wichtigste. Einfach einen Slow-Gordoman, F-Smash aufladen, Down-Smash aufladen oder wenn der Gegner zu lang hängt, könnt ihr sogar Daumbi machen, den Hammer. Denn der Hammer trifft auch Gegner, die an der Edge hängen, zu lang hängen und ist verdammt, verdammt stark. Kriegt der Early-Kills damit. F-Tilt-Max-Range gespaced ist sehr gut. Kills zwar nicht, aber ziemlich nervig. Olima. Dazu muss ich euch erklären, wie die Pigments funktionieren. Das Gelb-Pigment ist zwar dann gut zum Two-Frame und das Gelb-Pigment hat am meisten Hit-Stun. Und auch am meisten Shield-Stun. Das Rote-Pigment ist quasi das Lila-Pigment nur in schlecht. Hat viel Knockback und fliegt natürlich ein bisschen weiter als das Lila. Aber ja, ist im Grunde ein schlechtes Pigment. Das blaue Pigment ist dafür da, wenn ihr einen Grab haben wollt. Wenn ihr einen Kill haben wollt mit einem Grab. Denn mit dem blauen Pigment habt ihr die besten Kill-Throws mit Olima. Also wenn ihr für einen Kill-Throw geht, stellt sich ja, dass das blaue Pigment vorne ist. Das Lila-Pigment macht am meisten Schaden und kann bei SIP den Gegner in eine Tag-Chase-Situation bringen. Weil das Lila-Pigment das einzige Pigment ist, was bei SIP eine Hitbox hat. Die anderen Pigment bleiben am Gegner haften. Gut, dass wir darüber gesprochen haben, denn das Weiß-Pigment macht am meisten Schaden, wenn es an die Gegner haftet. Dafür ist das Weiße-Pigment am besten geeignet. Am besten ist, wenn ihr am Anfang das Rote-Pigment wegwerft. Und direkt für das Weiße geht. Das Weiße halt für Early-Damage sorgt, wenn das Weiß-Pigment am Gegner haftet. Ansonsten gute Options für Olima sind die Smashes. F-Smash und Up-Smash. Up-Smash kommt sogar in sich selbst. Je nach Pigment halt bei Low-Prozent. Und kommt danach in weitere Up-Airs. Und der F-Smash generell ist super safe. Hat eine gute Range nach vorne, wenn es nicht der Lila-Pigment ist. Und verfügt über eine sehr große Kill-Power. Die Tills wollt ihr nicht benutzen mit Olima, da sie sehr schlecht sind. Außer den Down-Till kann man zu Two-Frame benutzen. Die Down-Bee hilft euch beim Anordnen der Pigments. Denn das Pigment, was ganz hinten ist, wird nach vorne gebracht. Und das, was ganz vorne ist, wird nach hinten gebracht. Damit könnt ihr die Pigments durchswitchen. Außerdem, wenn ihr es gut timet, kann die Down-Bee als Combo-Breaker durchkommen. Da, die beim Start-Up Invincibility hat. Ganz nett, oder? Lucario sollte sehr viel mit Aura-Sphäre gespielt werden. Beziehungsweise mit B-Reversals. Ansonsten Up-Frow, 4R, 4R ist eine Combo mit Lucario bei Low-Prozent. Landing New-To-Air into Down-Tilt into Grab ist zum Beispiel eine Combo. Landing New-To-Air, generell New-To-Air ist eine gute Option mit Lucario. Tilt sind nicht so toll, außer Down-Tilt. Down-Tilt kann man New-To-Gut benutzen. Gibt Grab-Attempts. Und Combo-Möglichkeiten. Up-Tilt ist ein guter Anti-Air, ermöglicht auch einige Combo's. Ansonsten, Commod aus der Aura-Sphäre, Aura-Sphäre. Reverse into Upsmash, Aura-Sphäre. Cancel into Back-Air. Das sind super gute Kill-Confirms. Down-Air into Command-Grab, Side-B sollte man können mit Lucario. Für Early-Kills, Side-B, wenn ihr Namen Gegner seid, ist ein Command-Grab. Ansonsten, waste nicht die Aura-Sphäre. Schießt die Aura-Sphäre nicht einfach so raus. Nutzt die Aura-Sphäre zum Whiff-Punishen. Nutzt die Aura-Sphäre zum Landing-Punishen. Nutzt sie für irgendwelche Hard-Reads. Nutzt sie zum Edge-Trappen. Ansonsten, ja, kann ich bei Lucario nicht mehr viel sagen. Back-Air killt noch verdammt früh. Und A-Sphäre mit Aura ist auch verdammt stark. Geht schon teilweise bei 30. Könnt ihr raushauen, wenn ihr ihn re-tabt. Rob ist auch nicht schwer in Elite zu bekommen. Viele kommen auf den Gyro nicht klar. Wenn der Gyro den Chill-Test-Gegner trifft, könnt ihr immediately für einen weiteren Gyro gehen. Aber das bringt viele auf Guard. Der Laser ist verdammt gut zum Snipen. Wenn der Laser voll aufgelandet ist, blinkt die kleine Lampe da in Rob's Kopf. Daran sieht man das immer. Ihr wollt einen Treibstoff saven, indem er B nach oben natürlich immer nur leicht tippt. Ihr könnt High-Recovery oft machen mit Rob. Und dann Landing-Nutra-Emma. Die Nutra-Aid-Box ist so groß, bietet viel. Ihr habt mit Rob einen der besten Downhills im Spiel. Das ist sehr, sehr safe. Und macht übelst viel Pressure beim Gegner. Grab-Kombos bei Low-Prozent. Up-Flow-Forward-Air ist euer beste Combo. Bei Low-Prozent könnt ihr für Down-Flow gehen. Und müsst dann ehmals den Buddy des Gegners reden. Also müsst ihr reden, wann der Gegner aus dem Burry da rauskommt. Wenn ihr nicht mashet, müsst ihr Up-Smash machen. Wenn ihr mashet, müsst ihr Up-Air machen. Um den Kill zu securen. Ansonsten ist es noch eine Sache, wenn man mit Rob den Gyro-Z-Rob, wenn man den in der Hand hält, an der Kante. Und wer Rob nicht mit dem Gesicht zur Edge guckt und dann ehmal den Gyro-Z-Rob. Weil wenn der Gegner aneinander reinkommt, kombot das in Up-Smash. Dann könnt ihr das in der Up-Smash-Combot. Generell Spot-Doch-Down-Smash ist eine sehr gute Option. Sehr, sehr schnell. Der Down-Smash ist sehr, sehr eklig. Sehr, sehr stark. Und Up-Smash ist auch verdammt gut. Covert so viel. Und ist auch verdammt schnell. Ja, das ist so alles, was wir wissen was zeigt. Wie reflektiert am Anfang des Moves. Und ja, ist gut zum Spot-Doch-Panischen tatsächlich. Ganz nett. Ford Air ist ganz gut im Mute zum Spacen. Und ja. Das war's mit Rob eigentlich. Tool Link. Homebank. Was ich schon zu anderen Links gesagt habe. Um Jump-Approaches abzudecken. Um generell den Gegner ein bisschen einzuschränken. Um da rauszukommen wollen. Boomerang Fair ist zum Beispiel in Kill Confirm. Der Up-Tipp von Tool Link ist ein verdammt guter Juggle-Move. Kommot in sich selbst. Kommot in New-To-Air. Kommot in Up-Smash. Ein Dash-Tack ist auch verdammt gut. Kommot auch in New-To-Air. Das ist verdammt guter Wolf-Fundish. Bombe in Fair ist in Kill Confirm. F-Smash ist verdammt schnell. Verdammt stark. Verdammt gute Reichweite nach vorne. Dafür sind Tool Link-Verhältnisse zumindest. Down-Air hat gar nicht so viel Landing-Lag nach den Buffs. Kann man nutzen, um aus Disadventure rauszukommen als Mix-Up. Und Back-Air ist verdammt gut zum Combo. Kommt in sich selbst. Gut, um Schaden aufzubauen. Ja. Das ist basically Tool Link. Wolf. Laser natürlich. Cooles Projekt hier im Neutral. Immer raushauen. Gucken, wie der Gegner darauf reagiert. Der bleibt am Schild. Versucht ein bisschen weiter in Defensive zu bleiben. Oder geht für ein Grab, wenn er super, super defensiv ist. Darüber springend versucht, Aerial Approaches mit euren Aerials zu bieten. Da Wolf eigentlich ein Schwertkämpfer ist. Er hat Disjoints mit seinen Krallen. Forward erst Disjoint. Back erst verdammt stark. Bietet sehr viele Moves. Verdammt gut zum Beaten des Gegners in der Luft. Neutral ist gut. Führt zu Tag Chases. Bietet auch sehr viele Moves. Wie generell viele von Wolfs Aerials halt. Forward Hits. Besteht aus drei Hits. Ist gut zum Two Frame. Ist verdammt gut, um den Gegner im Neutral auf Distanz zu halten. Kombos, Throw-Kombos von Wolf zum Beispiel. Bei 20% Down-Throw, Dash-Tag into Uptilt. Nette Kombo mit Wolf. Ansonsten Back-Throw, um den Kill zu securen. Die Smashers haben sehr wenig Lag. Upsmash-Auto-Steal. Verdammt gute Option. Recovery sollt ihr Mix-Up im Side-Bee eher weniger nutzen. Weil Side-Bee tatsächlich leicht getour-framed werden kann. Und da würde ich sagen, greift lieber öfter zu Ab-Bee, wenn ihr könnt. Da die in der Regel schwer zu punishen ist. Villager. Rising Fair. Im Neutral sehr oft verwenden. Den Slingshot. Die Zwille. Sehr sehr gut. Bowlingkugel natürlich. Wenn der Gegner Off-Stage ist. Runterwerfen, verdammt stark. Der F-Smash von Villager. Ansonsten, wenn der Gegner über euch ist, natürlich versuchen zu juggeln. Hoffen, dass ihr die 3er-Rübel bekommt. Weil es 1-G ist. Es kann eine 1er-Rübel kommen. Es kann eine 3er-Rübel kommen. Es kann eine 2er-Rübel kommen. Wenn eine 3er-Rübel kommt, ist er natürlich verdammt stark. Ansonsten, das Neutral-Game ist eigentlich ziemlich simpel. Mit Villager. Side-Bee raushauen. Das ist die Gyro-Kat. Die fliegt da auf den Gegner zu. Ihr müsst gucken, wie der Gegner reagiert. Bleibt beim Schild. Geht ihr für den Grab. Springt der Gegner. Geht ihr wieder für die Zwille. Und so weiter und so fort. Versucht zu Edge-Garten. Versucht den Gegner Off-Stage zu bringen. Off-Stage ist Villager verdammt gut. Mit der F-R. Mit der Neutral-R. Neutral-R ist auch verdammt gut. Im Neutral-Out-Of-Shield. Im Neutral generell, um Options vom Gegner zu besiegen. Um für Tech-Chase zu sorgen. Und ja, zum Edge-Garten. Weil der Move sehr, sehr lang aktiv ist. Den Baum könnt ihr pflanzen, um Projektile. Hals, euch vom Leibe zu halten. Projektile könnt ihr natürlich auch einsnacken mit der Neutral. Aber wenn ihr zum Beispiel was eingesnackt habt. Weitere Projektile schielen wollt. Dann könnt ihr den Baum einfach pflanzen. Der beschützt euch. Das weitere, wenn ihr den Baum gepflanzt habt. Habt ihr die Axt. Als Dombie. Und die Axt kann auch zu sehr frühen Kills führen. Nette Option. Definitiv. Mega-Man. Im Neutral. Den Jet benutzen. Der ist ziemlich nervig. Unterbricht viele Gegner. Und baut halt super schnell Schaden auf. Ansonsten Short-Hop Metal Blade nach unten engeln. Auf den Gegner von oben herabkommen. Dann Fast Fall into Grab. Funktioniert sehr oft. Generell Metal Blades into Reverse-Area. Back-Air ist immer eine gute Sache. Ist ein guter Kill Confirm. Generell Back-Air. Offstage ist super. Da es super viel Kills. Lange aktiv ist. Und ja. Landing Up Air ist gut. Da es mutiert ist. Und den Schild des Gegners sehr oft pressiert. Und wenn es trifft. Den Gegner in die Luft schleudert. Wofür ihr natürlich auch wieder profitieren könnt. Leaf Shield könnt ihr benutzen. Um den Gegner zu nerven. Oder wenn ihr vom Disadvantage. Wieder zurück ins Neutral kommen wollt. Das kann gerne mal helfen. Und bei Recovery würde ich sagen. Benutzt erst Rush Coil. Und dann die Double Jumps. Das hilft auch ungeheuerlich. Wenn man Mega Man Main gesagt. Wie Fit Trainer. Down B Limits. Natürlich. Super strong. Benutzt es. Für Early Kills. Ansonsten spielt ein bisschen mit dem Ball rum. Zum Beispiel wenn man den Ball. Also die Saipi cancel. Kann man mit einem Jab. Den Ball zum Beispiel. On Stage bauen lassen. Was für Attack Chases sorgt. Ihr seid da ein bisschen kreativ. Spielt da ein bisschen mit rum. Ansonsten. Einige Kombos. Landing. New to Air. Komoot in sich selbst. Verdammt gut. Verdammt gute Option. Der Steck ist gut zum Wurfpanischen. Generell sollt ihr mal den Sonnenboost aufladen. Der heilt wie Fit. Beim Abfeuern. Und ist ziemlich stark. Wenn der Gegner über euch ist. Natürlich ab erst nutzen. Und ja. Versucht den Gegner zu spiken. Der Startup von den Side B spiked. Die Down Air ist einer der besten Spikes im Spiel. Die Forward Air spiked. Also es war dann gut. An der Edge zu campen mit WeFit. Und es war dann gut. Mit WeFit zu edgegannen. Also macht es auch. Rosaline und Luma. Ja. Mit ihr kann ich auch nicht so viel. Aber ein paar Sachen die sich bewährt haben sind bei mir. Zum Beispiel. Upflow. Upsmash. Bei Low Percent ist eine True Combo. New to Air. Das ist eine Combo-Maschine. Da kann man sehr sehr viel hintersetzen. Zum Beispiel New to Air. Auch bei Low Percent. Upsmash. New to Air into New to Air. Oder New to Air in anderen Aerial. Generell mit der Luma kann man ein bisschen rumspielen. Wenn der Luma in nächstes Gegner ist. Kann man ihn schön nerven. Den Gegner mit der Side B. Mit den kleinen Sternteilen da. Generell. Wenn der Luma tot ist. Der respawnt sehr schnell wieder nach. Im Smash Ultimate. Spielt ruhig ein bisschen defensiver. Bis er da ist. Weil der Luma ermöglicht meistens eure Kills. Wenn der Gegner über euch ist. Nutzt Upair. Nutzt auch Upair. Um vor unten durch die Stage zu poken. Mix up die Recovery ein bisschen. Geht mal high. Geht mal an Edge. Das ist nicht so einfach. Die Recovery ist nicht so gut von Rosalina. Und geht für die Edge Guards. Downair ist verdammt gut zum Edge Guard. Sehr lang aktiv. Sehr stark. Wenn ihr den Spike bekommt. Letzte Sache. Und Dash-Tech ist auch ganz gut. Und der Jab vor allem. Der Jab von Rosalina ist amazing. Super nervig. Gerade wenn Luma da richtig positioniert ist. Little Mac mein Main. Ja man kann natürlich Smash-Angriff spammen. Ist aber nicht so erfolgreich. Bei Little Mac ist es wichtig. Dass ihr bei 0% für Dash-Tech geht. Dash-Tech kommt zweimal in sich selbst. Gegen die meisten Chars. Dann geht ihr. Also. Little Mac ist generell ein Whiff-Punish Charakter. Versucht Moves mit seinen Amazing Move-Man-Speed herauszubeten. Und dann bei Low-Prozent zu Whiff-Punish mit der Dash-Tech. Bei 100% könnt ihr Whiff-Punish mit Uptilts. Und dadurch Combo starten. Downtilt's IP ist eine Combo. Downtilt's Down-Angled F-Smash ist eine Combo. Führt zu Tech-Chase. Wenn der Gegner nicht getaggt hat. Könnt ihr einen Tech-Chase mit Downtilt machen. Und dann wieder eine SAP E enden lassen. Genau. Die Smashers haben Super-Armor. Wenn das gut timet. Könnt ihr einige Moves vom Gegner challengen. Wenn ihr Aerial-Approaches kommen seht. Benutzt ihr den Up-Angled F-Smash. Um Aerial-Approaches zu stoppen. Und Early-Kill zu bekommen. Und mit der Super-Armor durchzubuttern. Ab B ist Frame 3. Super schnell. Wenn der Gegner nah vor eurem Schild ist. Könnt ihr es als Out-of-Sheet-Option nutzen. Könnt ihr auch benutzen. Wenn ihr den Gegner über euch habt. Und der Gegner nicht mit rechnet. Killt auch bei 130% meistens. Die New-to-B könnt ihr nutzen. Um aus dem Disadvented rauszukommen. Mit Little-Mech. Wenn der Gegner irgendwelche Multi-Hits hat. Wie zum Beispiel Falkus New-to-Air. Jokers Up-Air. Ohne Ascent. Sheiks Up-Air. Weil dadurch habt ihr eine Super-Armor. Und könnt aus einigen Combos escapen. Was ziemlich cool ist. Saipi. Die Daltz-Recarry. Besser als Up-B. Wenn ihr weit weg geschleudt werdet. Nutzt die Side-B nicht sofort. Nutzt erst die Jumps. Und gebt die Side-B dann an den Edge. Das funktioniert in den meisten Fällen besser. Und nutzt auch den Contour auf Stage. Wenn ihr kurz vor Edge seid. Versuchen die meisten Little-Mech zu spiken. Oder zu edge-gunnen. Nutzt dann den Contour. Little-Mech. Sein Contour. Er gaint halt einen Boost nach vorne. Und dann kommt ihr zurück zur Stage. Der Contour kann auch als Recovery dienen. Was ziemlich cool ist. Und F-Tilt ist verdammt gut zum Killen. Sliding F-Tilt und gerne F-Tilt. Super early. Super guter Move. Quattro zu Grand Ninja. Ja, Watershoeing. Eines der besten Projektile. Kann nervig sein. Indem man es nicht auflädt. Um den Gegner halt zu approachen. Zu zwingen. Zu nerven. Chip-Damage aufzubauen. Man kann es auch aufladen. Er ist ein Multi-Move. Hard to deal with. Gut zum... Let's strappen. Gut zum Optionen. Covern. Zum Einschränken. Als Recurry könnt ihr Sidebeam nutzen. Ist ein nettes Mix-Up. Keinen Gegner auf Guard bringen. Dash-Tack ist verdammt gut. Wolf-Punish. Combo-Starter. Downtilts ist verdammt guter Combo-Starter. Landing New-To-Air ist verdammt guter Combo-Starter. Generell der F-Tilt. Führt zur Tech-Chase. Hat eine verdammt gute Range. Ist ein guter Poke. Downtilts, Upsmash. Bei hohen Prozenten. Das ist ein Kill-Confirm. Ford-Air ist disjoint. Verdammt stark. Hat ein bisschen stark. Aber verdammt stark, wenn er einen Reap bekommt. Super, super strong. Die Smashes sind relativ lacklust. Und auch stark und disjointed. Also super, nice Sache. Ab-Air hat eine verdammt gute Range da oben. Generell Quajuzu springt nach Falco am höchsten. Und Ab-Air ist verdammt gut zum Jugglen. Kann man auch Drag-Down-Up-Air machen. Und dann in ein Down-Smash-Combo. Ja, hat da ziemlich viel möglich. Ich habe eine Quajuzu. Ein sehr guter Charakter auch. Palutena. Neutral-Air, um Jumps zu catchen. Neutral-Air kommt bei Low-Prozent zweimal in sich selbst. Dann kann man den Neutral-Air-String mit einer Ford-Air-BN. Back-Air ist sehr safe on Shields. Man kann mit Back-Air Yin-Hoof im Spiel besiegen. Also generell mit Palutena im Neutral immer schön Short-Toppen. Und auf den Gegner reackten. Mit Back-Air alles besiegen. Bei Low-Prozent könnt ihr Fort-Air und Shields generell sowieso immer safe spacen. Fort-Air ist super gut zum Spacen im Neutral. Super safe. Kommt in sich selbst. Kommt in Grab bei Low-Prozent. Ähm. Ja, verdammt. Safe ist schnelle Option. Auch sehr gut zu verwenden im Neutral. Ähm. Das ist gut zum Landing-Punish und generell um Moves zu besiegen, da Palutena auch bei Dashtag, wie bei Back-Air, den Shields von ihr verwendet. Und somit alle Moves im Spiel besiegen kann. Der Up-Smash ist gut zum Two-Frame. Der Down-Till ist gut zum Two-Frame. Der Up-Smash ist auch verdammt gut, um den Gegner in Luft zu catchen, weil er eine verdammt gute Reichweite nach oben hat. Down-Full-Forward-Air ist euer Haupt-Kombo. Down-Full-Back-Air kann ebenfalls verwendet werden. Dann müsst ihr ja nur den Reverse-Air-Rush können. Und. Ja. Es gibt immer noch so ein nettes Mix-Up. Down-Full bei höheren Prozenten. Dann warten. Eventuell den Air-Doge erzwingen und dann ehmals mit einem Smash-Eing aufzupanischen. Und wenn der Gegner nichts macht, Down-Full-Up-Air oder Down-Full-Back-Air. Mit Palutena wollt ihr auch Edge-Gun mit den Neutral. Neutral ist verdammt lange aktiv und ein super gutes Edge-Gun-Tool. Die Side-P und die Neutral können zum Nerven-Benutzungswärmung situativ sehr, sehr stark sein. Generell, wenn der Gegner off-Stage ist, werft ihn ruhig eine Side-P hinterher. Pac-Man. Ist ein sehr campy Charm. Wenn ihr gekommodet werdet, wenn ihr im Disadventor seid, wenn ihr über den Gegner seid, schmeißt einen Hydrant von oben nach unten auf den Gegner. Benutzt die Fair zum Kommen. Fair into Neutral ist der Kommen. Fair into Fair. Bei Low-Prozent. Kommod in sich selbst. Generell baut die Hydranten auf. Camp ein bisschen. Ladt, wenn der Hydrant vor euch steht. Eure Früchte auf. Eure Bonus-Früchte. Nutzt die Setups. Nutzt die Kombos aus den Früchten. Und fallet euch overall defensiv, um Pac-Man zu glänzen. Wenn der Gegner nahe ist, benutzt ihr Neutral, Out of Shield oder Fort R, um zu Spacen jemals. Back R umzukillen. Back From umzukillen. Oder halt den Hydranten umzukillen. Die Smashes umzukillen. Die Smashes sind auch sehr lange aktiv. Disjoined und lingern sehr lange. Und der Schlüsselkill ist super early. Der, ähm, also die Glocke, der Wackelpudding, wie ich ihn immer gerne nenne. Kommod in Smash, wenn ihr es richtig macht. Ist auch ein Kill Confirm. Und zum Beispiel könnt ihr, ähm, auch die Wassermelone hochwerfen und den Gegner reinschleuern. Ist auch eine nette Sache. Macht sehr viel Schaden. Darin, ja, ihr wollt Arc Fire benutzen auf den Gegner, boxen und daraus Kombonen. Ihr wollt den Gegner ein bisschen nerven mit den Arc Thunder. Arc Thunder nicht aufgeladen, kann den Gegner wieder nerven und auf Distanz halten. Der Multi-Hit-Move, Arc Thunder Stufe 3, macht sehr viel Schaden und daraus kann man ebenfalls Kombonen. Der Arc Thunder Stufe 2 ist einfach auch nur da, um Schaden zu machen, um den Gegner wieder wegzuboxen. Ja, und die volle Aufladung ist gut, um Spottages zu punishen, aber wenn ihr von oben landen wollt. Ist eine ganz nette Sache, ne? Generell wollt ihr Smash-Stick spielen mit da rein, weil ihr das Leaven Sword verwenden wollt. Das kommt hauptsächlich nur immer raus, wenn ihr Smash-Stick habt. Und, ja, da wollt ihr Neutral-Air benutzen, weil die Range und die Kill-Power insane ist. Forward-Air ebenfalls, Spacen, Back-Air Spacen, super strong mit Leaven Sword. Extrem, extrem stark. Als Mix-Up, Landing-Mix-Up, wenn der Gegner am Schild gezwungen ist, könnt ihr Down-B nutzen, um euch zu heilen, um die Defensive des Gegners zu durchbrechen. Ansonsten Edge-Garn mit den Tools, die ihr habt. Leaven Sword. Ähm, Arc Fire. Und natürlich, aus der Arc Fire Kill-Confirm, Arc Fire into Upsmash, Arc Fire into Fair, Arc Fire into Back-Air, alles was man hat, halt. Je nachdem, wo ihr den Gegner trefft, da kann man gut raus Kill-Confirm nutzen, nutzt es weise. Und dann bekommt ihr auch Robin in Elite. Shulk, Falling Neutral-Air, Falling Fair. Im Neutral-Verwenden genauso auch Down-Tilt, die Monados funktionieren wie folgt. Das rote Monado zum Beispiel, ist gut, um den Kill zu bekommen. Man sollte aber aufpassen, wenn Shulk selber in Kill-Prozenten ist, dass er dann extrem früh stirbt. Arc Smash an der Kante, kapiert sehr viele Options und kann dann einen sehr, sehr früh den Kill ermöglichen. Genauso auch Up-Tilt, wenn ein Gegner versucht zu landen. Up-Tilt hat eine richtig krasse Range da oben, kann mit dem roten Monado dann extrem früh killen. So natürlich auch die Aerials. Das Speed-Monado ist ganz gut bei Low-Prozent, um Early-Damage aufzubauen, um generell das Neutral zu gewinnen, weil er damit echt schwierig zu challengen ist durch diese extreme Speed. Grüne Monado, Jump-Monado ist gut zum Recovern und generell um den Gegner zu edge-garnen. Das lila Monado ist gut zum Combo, ist generell safer und shield. Das Problem ist, Shulk nimmt selber auch mehr Schaden. Man hat dann viel mehr Combo-Potenzial, man kann dann zum Beispiel sowas machen wie Down-Throw, Dash-Attack und sowas. Das funktioniert ja bei Low-Prozent. Generell bei Low-Prozent, sehr gut, das lila Monado. Und ja, das shield Monado ist gut, um aus Kombos zu kommen. Und eben, ja, länger zu überleben natürlich. Bowser Jr., was soll ich sagen? Clown-Karts. Clown-Karts ist gut zum Combo-Moden. Clown-Karts hat ultimative Mix-Ups. Ihr könnt Clown-Kart-Jump in Grab-Mon, ihr könnt Clown-Kart-Jump über den Gegner springen und dann mit Back-Air-Cross-Uppen. Ihr könnt über den Gegner springen und dann mit Down-Air runterkommen. Ultimatives Mix-Up. Generell im Neutral würde ich immer einen Robber-Cooper draußen haben, der mit euch approacht, der so ein bisschen die Optionen einschränkt, der ein bisschen den Gegner frettend. Und generell im Neutral Retreat-Forward-Air ist sehr safe, sehr gut. So auch Back-Air zum Killen aber eher zu verwenden. Back-Air oder Shields ist sehr gut zum Killen, sehr stark. Clown-Kart an der Kante ist immer sehr effektiv. Zum Edge-Trappen kommen viele nicht drauf klar. Generell ihr könnt die Side-B zur Recovery nutzen. Side-B und Ab-B kombinieren natürlich. Erst Side-B mal und dann Ab-B. Ihr könnt als Recovery-Mix-Up, das funktioniert sehr oft zum Beispiel, High-Recovery-Ab-B machen und dann Air-Dodgen und dann whiff der Gegner und dann könnt ihr nach der Air-Dodgen sofort den Hammer machen und dann könnt ihr einige Gegner mit schießen. Nette Sache. Definitiv. Da kann's. Ja, wieder so ein Sorner. Down-B. Der Cowboy ist immer ganz nett aufzustellen. Schützt euch vor Projektieren, schützt euch ein bisschen vor Moves. Und kann Komboen, kann Damage aufbauen, der Cowboy, kann den Gegner nerven, kann den Gegner einen Chill zwingen. Ihr könnt davon profitieren, definitiv. Nur ihr müsst bedenken, dass alle Cowboys unterschiedlich schnell schießen und unterschiedlich viel aushalten und unterschiedlich funktionieren. Das ist das Problem bei den Cowboys. Das muss man ein bisschen im Blut haben, sag ich mal. Das lernt man relativ schnell. Die Dose ist ein guter Combo-Breaker. Wenn die Dose nicht platziert wurde, könnt ihr es nutzen, um aus Kombos rauszukommen. Die Dose kann benutzt werden zum Edge-Gun. Die Dose kann benutzt werden, um Kombos zu starten und den Gegner natürlich zu nerven. Frisbee kann man liegen lassen und dann erst B drücken und dann daraus Comboen. Aber ihr werft das Frisbee auf den Gegner und drückt direkt B, um halt Damage aufzubauen. Die Neutra ist sehr lange aktiv. Gut zum Edge-Gun, gut zum Lan. Gut, um generell eher Dodges vom Gegner zu besiegen. Aber da kann man auch ab-air machen. Ansonsten Downflow-Fair ist eine Combo mit erkannt. Nette Sache. Mit Ryo wollt ihr sehr, sehr viel Down-Tilt benutzen. Down-Tilt-Frame 2, eine der besten Down-Tilt im Spiel. Er hat auch die Street Fighter-Mechanik. Das heißt, er dreht sich automatisch um. Wenn der Gegner hinter ihm ist, das heißt, der Down-Tilt dreht sich auch automatisch um. Und ihr könnt weiter pressern. Super gut an der Edge verwenden. Super gut zum Kombo. Down-Tilt-Down-Tilt. Strong Down-Tilt. Hadouken ist zum Beispiel ne Kombo. Down-Tilt-Into Tatsumaki ist ne Kombo. Down-Throw New-To-Air bei 0% funktioniert. Bei 20% könnt ihr Down-Throw Up-Air Chases probieren. Jab-Jab-Shaw-Yuken. Uptilt-Shaw-Yuken ist natürlich ein Kick-Confirm. Down-Tilt-Shaw-Yuken kann funktionieren. F-Sash hat ne gute Reichweite nach vorne. Ist gar nicht so langsam. Hat auch gar nicht so viel Legs. Ist auch ne ganz gute Option, die man konzentrieren sollte. Down-Tilt. Äh, Down-Tilt sag ich schon. Down-Sash zum 2-Frame ist verdammt gut. Und natürlich auch Shaw-Yuken Out-Of-Shield. Sollte man auch nicht vergessen. Ähm, lernt natürlich die Inputs. Die Inputs sind alle stärker, besser. Und ähm, variiert das Timing von der Hadouken. Wenn ihr den Knopf lang gedrückt haltet, ist es schneller. Wenn ihr loslasst, ist es langsamer. Ähm, und wenn ihr den Feuer Hadouken macht. Der ist Multi-Hit. Das kann auch den Gegner ein bisschen off guard bringen, wenn ihr es gut mixt zwischen Strong Hadouken und Feuer Hadouken. Kennen. Same Shit. Mit den Down-Tilt zumindestens. Achso, Focus-Attack. Focus-Attack, ähm, natürlich ist nett, äh, um, äh, Openings zu finden. Durch Focus-Attack-Cancel könnt ihr nach vorn dashen oder nach hinten dashen. Dazu einfach Focus-Attack drücken, zweimal nach vorn tappen oder zweimal nach hinten, um das zu canceln und dann eben mal einen Boost nach vorn zu bekommen. Und wenn ihr landen wollt und der Gegner irgendeinen Smash oder so auflädt, könnt ihr das natürlich bieten. Sofern es kein Multi-Hit ist. Multi-Hit kann die Focus-Attack nicht bieten und, ja, kann auch nett sein. Bei Ken, Daunt-Hit ebenfalls so wichtig, wie bei Video. Daunt-Hit, äh, Daunt-Hit, Daunt-Hit, Tatsu, führt zu Tag-Chases. Müsst ja gucken, wie der Gegner reagiert. Schillt er, geht er für einen Grab. Ähm, wenn er einen Tag misst, könnt ihr wieder Daunt-Hit, Daunt-Hit, Tatsu machen. Also, Hadouken generell, um den Gegner zu nerven, den Mutual, um zu gucken, wie reagiert der Gegner drauf. Dragon Punch, Abi, Shouyuken, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, ist auch eine sehr, sehr starke Option. Ab-Air-Kommo zum Beispiel in Shouyuken. Out of Sheer ist verdammt stark. Ist viel stärker als von Ryu, der Shouyuken. Super, super krass. Lernt die Inputs auch mit kennen, ne? Der hat noch viel mehr Inputs. Ähm, Nato, Toshigiri zum Beispiel. Und was da nicht alles gibt. Zum Beispiel, der Feuerhardt-Doken hat Input. Macht übrigens wie es schielt der mit. Wenn ihr da ein Schild trefft, kann das den Schild eventuell zerstören oder man pokt durch. Was du kennst, hat extrem krasse Kombus und sehr viel Shield-Pressure. Landing Neutral ist ne gute Sache. Landing Forward-Air kann funktionieren im Neutral. Als Wolf-Punish natürlich nur, weil Save on Shield ist sowas nicht. Gerne hin- und her-dashen und auf Fehler des Gegners warten. Ihr wollt die Gegner zu euch locken und dann eben halt mit euren schnellen Streetfighter-Moves besiegen. Ken kann extrem früh killen und extrem viel Schaden aufbauen. Das ist nicht mehr witzig mit dem. Cloud, Abbie out of Shield. Ja, Abbie out of Shield. Ja, nutzt die Abbie out of Shield. Fandern, gute Option. Ansonsten Backass-Basing ist sehr gut. Einer der besten Backass im Spiel. Super gut range, super krasse Kill-Power. Side-B ist auch einer der besten Moves im Spiel von Cloud. Super gute Side-B. Cross-Lash halt. Wenn ihr Shield trefft, macht Hit 1, Hit 2, dann cancelt es. Geht eventuell für den Grab. Geht eventuell für Mix-Ups wie Abbie hinterher oder nochmal für Cross-Lash, um den Shield zu beschädigen. Landing Forward Air ist gut, hat eine gute Range. Hat gutes Combo-Potenzial. Kommen wir bei 0% in Cross-Lash oder in Down-Tilt. Ab-Smash ist verdammt schnell, verdammt gut. Verdammt gut zum Anti-Aren, verdammt gut zum Killen. F-Sash will ich nicht nutzen, Down-Smashen nur an der Kante. Eventuell in manchen Situationen. Dash-Tag ist ein guter Whiff-Punish. Landing Punish. Killt auch, verdammt Early. Limit will ich nicht wasten. Ihr habt 15 Sekunden Zeit, bis das Limit abgeklingt ist. Benutzt es clever. Nutzt ruhig die Zeit auch aus. Weil wenn Limit Cloud da ist, ist er schneller. Er wird zum Fast Faller. Somit kann man die Aerials besser benutzen und hat auch eine bessere Recovery dann. High Recovery ist gut. Und von oben Ab-Beam nutzen und dann von oben an der Edge zu gehen, ist nett. Ansonsten Double-Jump-Air-Dodge nutzen, weil die Ab-Beam die Edge nicht sweet-spottet. Ist halt nicht so toll bei Cloud. Ja, ansonsten Blade-Beam nutzen. Es baut auch eure Limit-Anzeige auf. Nervt den Gegner ganz gut. Ihr könnt gucken, wie reagierte Gegner drauf. Bei höhen Prozent schleutert es den Gegner weit in Luft. Dann könnt ihr für Back-Air-Chases gehen. Was ganz Geiles. Und ja, nutzt den Blade-Beam, äh, Limit-Blade-Beam, wenn ihr den Reed habt. Nutzt Limit-Cross-Slash-weise. Nutzt auch gerne Limit ab wie Out of Shields, wenn ihr wisst, das killt. Aber nur, wenn ihr wisst, das killt. Und nutzt nicht Limit-Down-Beam. Das ist nicht mehr gut. Korin ist kein guter Charakter in diesem Spiel, aber, ich sag mal so, kann funktionieren. Sie kann funktionieren. Downtit ist ganz gut im Mutual. Pin ist ein ganz guter, ähm, ja, ganz gutes Mix-Up. Für Spot-Touch Punish. Und generell, wenn der Gegner rollt, kann man dann, ähm, dementsprechend mit dem richtigen Weed hinterher nachpinnen. Ist gut, äh, ist gut zum Killen, Pin. Aber was richtig nice ist zum Beispiel Neutral-Air. Neutral-Air-Commode. Kommode in sich selbst. Kommode in Up-Air. Kommode in Fair. Landing Neutral-Air. Landing Fair-Commode auch in weitere Fairs. Ähm. Downton ist ein verdammt guter Combo-Starter. F-Smash kann man an der Kante aufladen. Und beim Aufladen hat's eine Hitbox. Genau wie der Ness Jojo. Der kann auch manche Recurries snipen. Das hab ich gar nicht gesagt. Whatever. Ness ist eh nicht schwer, ein Elite zu bekommen. Jojo an der Kante kann manche Recurries halt versiegen. Und hat beim Aufladen auch eine Hitbox. So, auch bei Korin. Manche wissen das nicht. Die kommen nicht drauf klar. Funktioniert dann. Ab-Air ist gut zum Jugglen. Ab-Air ist generell nice. Und, ja. Neutral-Air. Reverse Neutral-Air. In Back-Air ist ein Kill-Confirm. Verdammt stark. Verdammt geil. Und Landing-Up-Air kann auch gut kommen. Nutzt diese Options-Weise. New-to-B. Kann den Gegner stunnen. Könnt damit Approaches erzwingen. Nicht der beste Move. Aber kann ganz cool sein, wenn ihr... Jemanden Stunt mit voll aufgelandenen New-to-B. Ladt weiter auf, weil dann kommt noch der Biss. Und das kann verdammt früh killen. Verdammt früh killen. Und nutzt der Upsmash nicht. Der Upsmash killt nie von Korin. Nie. Richtig gar nicht. Da kann der einfach nicht killen. Der muss unbedingt gebuff werden. Ganz, ganz grauenvoller Move. Bayonetta. Meine Bayonetta ist Trash. Lernt Witch-Twist-Cancel. Ich kann es nicht. Ich habe es ohne Witch-Twist-Cancel geschafft. Mit Bayo kommen ganz viele auf die Landing-New-to-Air nicht klar, wenn man es richtig macht. Wenn man gut Reads hat, kann man mit Down-Air early Kills bekommen. Back-Air ist sehr, sehr, sehr strong. Sehr, sehr gut im Neutral. Kann einen auch sehr schnelle Kills bekommen. Forward-Throws, ihr Kill-Throw. Wolf-Punish könnt ihr Dash-Tack benutzen. Bei höheren Prozenten kann man zu Kills führen. Ansonsten geht ihr für Kombos. Wolf-Punish, Grounded Side-B. Ermöglicht einigen Kombos. Dann geht ihr für Up-B. Geht ihr wieder für Side-B. Geht ihr wieder für Side-B. Und dann für Back-Air ist eine Early-Kombo zum Beispiel mit Bayonetta, die sogar ich kann. Obwohl ich mit Bayonetta echt sehr schlecht bin. Das ist wahrscheinlich mein schlechtester Charakter. Hat auch die niedrigsten Punkte hier. Und ja. Fangt die Jumps ab mit Aerial-Type-B. Und Kommut daraus. Das ist ganz gut. Up-Air zum Jugglen. Und wie gesagt, wenn ihr einen Kill braucht, unbedingt Back-Air-Space im Retreiben. Sehr, sehr strong. Inkling. Back-Air, 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 Back-Air. Ja, die Back-Air, Safe und Shield. Super, super gut. Einer der besten Back-Air ist im Spiel. Ja. Komm-Mods. Super, super Safe. Sonst Inkling hat den besten Dash. Beim Dash nach vorne shiftet Inkling die Hurt-Box extrem. Und das ermöglicht euch einige nette Grab-Attempts. Generell die Grab-Kombos sind insane von Inkling. Up-Throw, Up-Air ermöglicht richtig easy Damage. Nach einer Up-Air mache ich immer gerne Down-V, um Options zu covern und so ein bisschen das Landing zu erschweren vom Gegner. Bei 40% gehe ich immer für Down-Throw, New-To-Air, New-To-Air, Forward-Air. Forward-Air kann man zum Landen benutzen, New-To-Air kann man zum Cross-Up benutzen und wenn man New-To-Air, Rising New-To-Air gemacht hat zum Cross-Up, kann man direkt mit Back-Air noch Cross-Upen. Also wenn man hinter den Gegner gelandet ist, kann man direkt eine Back-Air hinterher setzen. Das kann auch den Gegner auf Guard bringen. Tech-Chase ist verdammt gut mit dem Tech-Chase zu bekommen mit der Back-Air und mit einem Down-Tilt. Der Down-Tilt ist auch gut zum Two-Frame. Generell zum Let-Strappen hilft auch die Down-V, also die Splat-Bomb. Die hilft auch gut zum Covern und zum Einschränken Options, wenn man einen Edge-Guard haben möchte. Und wenn man diese Tech-Chase hat, dann geht man für Roller. Wenn man Roll-Reads oder Hard-Reads oder Spot-Druck-Reads hat, oder diese Tech-Chase-Reads, Roller, Side-B. Wenn der Gegner gewurriert ist, macht er einen Waveland und geht dann für den Smash-Angriff. Ab 80% kriegt man meistens einen Smash-Angriff danach. Das ist dann ein Kill-Confirm. Ansonsten ein Edge-Guard mit Inkling und dann läuft das auch schon. Ridley. Ridley hat einen der besten New-To-Wars im Spiel. Super gute Range und ist sehr schwierig zu challengen. Back-Out-Of-Shields, super strong. Trifft natürlich keine kleinen Charaktere. Die Recovery muss man ein bisschen lernen. Es gibt nur vier Winkel, anders als bei Fox und Falco und Wolf. Es sind nur vier Winkel, da muss man auch ein bisschen sich mit ihnen auseinandersetzen. Ansonsten Down-Throw-New-Trier, Down-Throw-Ford-Air. Immer nette Kombos. Die Smashes sind ridiculous. Down-Smash ist verdammt gut zu verwenden an der Kante. Up-Smash ist verdammt gut, um Gegner auf Plattformen zu catchen. Generell hat er eine gute Hitbox. Der F-Smash killt verdammt early. Er hat gar nicht so viel Lag. Es spielt zu punishen teilweise. Man kann mit der F-Tills super gut spacen mit Ridley. Er hat einen Tipper. Super, super strong, der F-Tills. Down-Tills ermöglicht auch Kombos wie zum Beispiel Forward-Air, New-To-Air. Ja, nett. Edge-Guard mit Ridley, by the way. Wenn der Gegner in Defensive gezwungen ist. Also Edge-Guard könnt ihr, by the way, mit New-To-Air, Forward-Air, Back-Air, eigentlich mit ziemlich allen, außer natürlich Ab-Air und Down-Air. Wenn der Gegner in Defensive gezwungen ist oder wie ihr einen Roll-Read oder sowas habt, dann könnt ihr Side-Bean benutzen. Bekommt immediately Stage-Control und der Gegner wird Off-Stage geschmissen, was für Edge-Guard sorgen kann. Simon und Richter-Bellmont. Ja, die basieren auf Coverage. Also ihr werft zum Beispiel einen Cross. Das ist ganz wichtig, wenn das trifft, könnt ihr eine Forward-Air rauskommen und ansonsten versucht ihr den Gegner immer fernzuhalten mit euren Aerials, nämlich Forward-Air und Back-Air. Die kann man engeln, nach oben, nach unten und versucht immer den Gegner von euch fernzuhalten. Die Down-Bee, das Holy-Water ist verdammt gut an der Kante. Two-Framed und wenn der Gegner darin getrappt ist, könnt ihr einfach einen F-Smash auflauern und teilweise richtig Early-Kills bekommen. Die Axt ist gut, wenn ihr einen Jump-Read habt, wenn der Gegner über euch ist. Generell, wenn der Gegner Off-Stage ist, um eine Axt hinterher zu schmeißen, weil man kann nicht so gut Edge-Guard mit Simon, weil er nicht die beste Recarry hat, nämlich eine der Schlechsten im Spiel. Und dann kann man einfach eine Axt hinterher schmeißen. Selbst wenn die Axt nicht schielt wird on Grounds, dann ist das halbe Schild weg und man kann dann umso besser Pressuren mit Simon und Richter. Generell Forward-Air, Back-Air hauptsächlich nutzen. Wenn der Gegner über euch ist, wollt ihr Uptit nutzen, da ist ein sehr guter Anti-Air. Und ja, Neutral-Air ist verdammt gut zum Kombon und um Jumps zu catchen. Hat zwar nicht die beste Hitbox, wie zum Beispiel Palutena's Neutral-Air, aber ermöglicht wirklich einige super gute Kombos. Also, doch, doch. Up-Air, Up-Smash würde ich nicht benutzen. Dash-Tech ist manchmal ganz gut zum Two-Frame, zum Cross-Upen als Mix-Up. Downtills, ähm, ist ganz nett. Downtills ist süß, actually. Weil, ne, wenn man, ähm, von der Edge wieder hochkommt, mach ich immer ganz gern Downtills als Mix-Up, weil dann bin ich wieder in die Mitte der Stage und kann wieder abhauen und wieder zonen. Das klappt sehr oft. Und Down-Air ermöglicht auch einige Kombos und ist ein letztes Mix-Up, um ins Mewtwo-Game zurückzukommen. Der Disadvent-State der Bell-Monts ist nicht so gut. Und wenn man da mal ne Down-Air macht und der Gegner nicht mit klarkommt, ähm, oder wenn man es halt nicht spammt, dann kann das gut funktionieren. Ja, selbst wenn man auch ein Schild trifft, wenn der Gegner die Down-Air shieldet, dann jumpt er wieder so ein bisschen nach oben. Ist gar nicht so leicht zu punishen, wie man denkt. Ja, soviel zu, äh, den Bell-Monts. King-Kan-Rule, Krone-Kanone als... Ja, King-Kan-Rule ist gern ein guter Charakter. Also die Krone werfe ich generell immer als erstes, dann gucke ich, wie der Gegner darauf reagiert. Krone bietet auch, äh, einige Projektile, die verschwinden dadurch, wenn die, äh, mit der Krone kollidieren. Und, ja, ich mache immer mit der Krone und mit, ähm, Kanonenkugel relativ gut Damage. Wenn die Gegner nachkommen, mache ich gern New-To-Air. New-To-Air ist verdammt gut von King-Kan-Rule. Hat Belly-Armor, bietet sehr viel und hat auch Combo-Potential. Landing New-To-Air into Jab, Landing New-To-Air into, ähm, Dash-Attack sind Combo's. Landing New-To-Air into Grab kann man auch machen. Bei Low-Prozent alles natürlich nur. King-Kan-Rule hat nicht so viele Combo's. Ähm, ähm, man geht's für Upflow bei, äh, Low-Prozent, weil der schon ungefähr 20 Schaden macht. Und dann mache ich danach meistens, ähm, Sliding-Uptilts, weil die meisten versuchen dann weg zu die Augen von King-Rule abzuhauen, aber dann steht da schon mit Uptilts. Das klappt nicht immer, aber das ist irgendwie ganz nett. Ähm, die Kanonenkugel wird ja aus einem Sauge ausgeschmissen und, ja, wenn man B gedrückt hält, dann ist der Sauge aktiv. Den kann man nicht ewig halten, aber zum Beispiel, kann man dadurch durch eine Plattform schlüpfen. Wenn ich auf einer Plattform stehe und dann, ähm, sauge, dann kann ich nach unten drücken und dann gehe ich da durch, durch die Stage. Da kommt auch viel nicht klar. Also durch die Plattform gehe ich durch, nicht durch die Stage. Ähm, das ist gut zum, äh, Let's trappen. Ne, auf Plattform warten, mit dem Sauer und dann im richtigen Moment runtergehen. Das ist sehr empfehlenswert. Back-Air ist supergut im Neutral. Retreat Back-Air. Wenn man es nicht spammt. Sehr gut im Neutral, sehr gut zum Edge-Gun, sehr gut zum Spiken. Mh, Down-Hand-To-Upsmash ist bei, äh, den Get-Off-Burry vom Gegner reedet, den kann man sogar Upsmash machen. Wenn man das Reespottet, der Upsmash, dann killt das extrem früh. Ansonsten geht man meistens nach dem Burry für Uptilts. Für Easy Damage. Das funktioniert eigentlich immer. Selbst wenn die Gegner super schnell maschen, werden sie meistens vom Weak-Uptilter noch getroffen. Und generell Landing, ähm, Forward-Air funktioniert. Generell die Forward-Air ist ganz gut, um gegnerische Approaches, gegnerische Jumps zu besiegen. Dafür ist die Forward-Air ganz gut. Und Ab-Air ist nicht so der tollste Mover, wenn der Gegner über euch ist. Könnt ihr damit, ähm, mit dem Sweetspot relativ früh killen, tatsächlich. Tatsächlich, äh, ja. Down-Sash ist auch sehr gut. Ne, an der Kante. Down-Sash hat, ähm, natürlich auch Belly-Armor und killt so früh und hat für ihn eine fucking gute Range. Der F-Tilt von King K. Rool. Ähm, der kann auch gut benutzt werden, um gegnerische Options zu bieten, wegen der Belly-Armor und ist auch relativ strong. Auch gerne mit Sliding F-Tilt kombinierbar. Ab-Tilt ist einfach ein Juggle-Move und ein Move, um Plattform-Pressure auszuüben. Melinda. Same wie Villager, was Faire und Backer betrifft und Edgeguard betrifft. Nur, Melinda hat halt anstatt, äh, Jai-Rocket noch die Angel. Und die Angel ist gut, wenn der Gegner viel springt. Dann kann man die Gegner auch aus Luft fischen und damit easy Combos machen. Oder den Gegner offstage werfen und dann eben mal diese easy Edge-Cats machen. Melinda hat auch noch, ähm, mehr Combo-Potential, da sie eine Kombonär hat. Zum Beispiel Landing, ähm, New-To-Air. Kann man eine weitere New-To-Air-Kombon oder Landing, New-To-Air into Uptilt-Juggle. Kann man machen und dann, ähm, Ab-Air-Juggles danach machen. Der Down-Swash an der Kante ist verdammt cool, weil er die Gegner einen ekligen Winkel wegschleudert und verdammt schnell ist. Ähm, ihr wollt auch an strategisch wertvollen Positionen eure Daumenbee platzieren. Das ist jetzt zwar kein Snake-Niveau oder so, aber, ja, wenn die gut platziert sind, die Daumenbees, können die auch sehr nerven. Wenn der Gegner drauf landet, dann kommt die Rakete immediately raus und macht halt Schaden beim Gegner. Ja. Und wie gesagt, wenn der Gegner von Melinda sehr viel springt, immer schön die Angel benutzen. Die Angel kann auch als Recovery benutzt werden, was einige Mix-Ups ermöglicht. Incineroar, Fuego. New-To-Air ist verdammt gut im New-To-Game, weil die New-To-Air sehr lange aktiv ist, Combo's ermöglicht, Downtill ist gut, weil er Combo's ermöglicht, Uptilt ist verdammt gut, äh, als Anti-Air und ermöglicht sehr viele weitere Uptits oder Up-Air Juggles. Ähm, New-To-B ist verdammt gut an der Kante. Grounded New-To-B hat sogar Invincible Frames, damit kann man sehr viel besiegen und covert sehr viel, poket auch manchmal durch Schild durch. Saipi ist verdammt gut gegen defensive Gegner oder gegen Leute, die rollen oder backdashen, weil man, ähm, ja, wirklich einen großen Boost nach vorn bekommt, wenn man Saipi macht mit Incineroar. Ähm, fort eher einfach, um gegnerische Aerials zu besiegen. Back-Air für Early-Kills, F-Tilt für sehr krasse Early-Kills, ist wie ein Smash-Angriff, so stark schon fast. Down-B kann man gut benutzen, wenn ein Gegner irgendwie kleine Projektile, kleine nervige Projektile hat. Oder generell als Combo-Breaker, wenn man in Combo ist, wenn die den Konter nicht respektieren. Das Schöne, weil der Down-B bei Incineroar ist, dass der nächste Move dann extrem stark wird und das mit seiner generellen Stärke kombiniert, macht ihn zu einem gefährlichen Gegner. Piranha-Pflanze, New-To-B, 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 New-To-B ist ein guter Move, New-To-B, 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 deswegen nutzt sehr viel New-To-B. Danke, danke fürs Zuhören. Nein, Piranha-Pflanze basiert schon sehr viel auf New-To-B, also New-To-B ist unverschämt gut, nutzt sie wirklich sehr oft, nutzt den Gentleman-Jab mehr als den Rapid-Jab, da der für Tag-Chase sorgt und wenn der Gegner nicht getaggt hat, könnt ihr ein New-To-B hinterher setzen oder das Gift hinterher setzen, das Gift ist das Hype-B, das Gift ist verdammt gut an der Edge zum Edge-Trappen oder um sich selbst zu covern, Piranha-Pflanze kann sich darin verstecken und dann Upsmash aufladen oder Down-B aufladen, man weiß nie so wirklich, was sie da macht, weil sie sich darin covert und das macht sie ziemlich unberechtbar. Man kann supergut mit Edge-Gun, mit der Piranha-Pflanze, mit der New-To-B und mit der New-To-Air, da sie sehr lange aktiv ist und auch mit der Down-B. Down-B hat Superhammer, hilft um ins New-To-B zurückzukommen und hilft supergut um zu Edge-Gun, weil die Range extrem ist, die Range ist verdammt extrem von New-To-B. Ansonsten natürlich Up-Air-Juggles, ist verdammt gut, die Up-Air von Piranha-Pflanze, macht viel Schaden. Und Upsmash ist super, so stark wie Gendorffs Upsmash. Super, super strong. Macht ruhig Upsmash, wenn ihr den richtigen Read habt, macht Upsmash. Super strong, ihr werdet belohnt. Bei 60% könnt ihr teilweise die Gegner töten. Joker, Cyp-E4 benutzt im Neutral, sehr gutes Projekt-Deal, baut immer wieder Damage auf, verflucht die Gegner und over time kriegen die dann immer Schaden. Ganz nett. Ansonsten spielt mit der Gun rum, benutzt im Disadvent die Gun, um zu landen, um safe ins New-To zurückzukommen. Offstage haltet Down-B gedrückt, um diverse Edge-Guards zu vermeiden, weil man kann das ganz lange gedrückt halten und währenddessen kann Joker nicht herausgehauen werden. Während er Rebels-Guard aufrechterhält, ja, kann er kein Knockback bekommen. Aber das füllt dann nur Ascendmeter und das ist super cool. Ansonsten im Neutral viel Back-Air spacen, Back-Air ist super gut, Down-For-Back-Air, Down-For-Fair. Drag-Down-Kombos üben, Drag-Down-Up-Air in Down-Smash. First-Hit-Fair in Upsmash sind alles so Kombos die Joker hat. Ja, einfach generell viel im Neutral Back-Air und Forward-Air nutzen. Und auch Landing-Neutral. Landing-Neutral ist auch eine sehr gute Option mit Joker. Wenn der Gegner über euch ist, für Up-Air-Juggles gehen. Und mit Ascend, also mit Joker an sich, wollt ihr eher so defensiv spielen. Aber sobald Ascend da ist, dann geht's ab. Dann wollt ihr den Gegner komplett demolischen. Ihr müsst richtig gut pressern, denn alle Moves machen extrem viel Schaden, haben extrem viel Knock-Back und machen auch übelst viel Shield-Pressure. Back-Air super-strong, Down-Air-Kombos dann ein Upsmash oder ein Up-Air, ein strong Ascend-Up-Air. Das führt zu richtig Early-Kills. Und ihr wollt sehr viel Edge-Garden mit Joker. Er ist einer der besten Edge-Garden im Spiel. Held. Einfach auf eine G-hoffen. Nein. New-To-Be-Auf-Laden ist generell gut, um den Gegner zu sich zu holen, wenn der Gegner die Side-B nicht respektiert, vor allem die Range nicht kennt, dann wird er überrascht. Nutzt die Side-B Stufe 2. Let's Drops Side-B Stufe 1 ist auch sehr gut, sehr gutes Mix-Up. Aber die Range von Side-B ist so gut, die Stufe 2. Nutzt die wirklich, nutzt die Weise in den richtigen Momenten. Ansonsten guckt, ne, was ihr für Down-B-Options habt. Nutzt immer die richtigen Sachen. Da gibt's einige coole. Boom ist natürlich super, also um hier mal ein paar zu nennen. Boom ist gut, die ganzen Buffs sind gut, Multi-Beschleunigung, Oomph und hast du nicht gesehen, die ganzen Sachen, ne. Boing ist gut gegen Projektil-Chars. Ihr könnt natürlich für Wupp oder Schwupp gehen, das killt dann eventuell auch sofort, wenn man richtig viel Glück hat, aber bei höheren Prozent ist die wahrscheinlich jetzt höher, deswegen würde ich auch empfehlen, macht das erst bei höheren Prozent. Snooze kann gut sein, weil wenn der Gegner einpennt, könnt ihr für den Smash gehen. Ansonsten im Neutral macht Landing Fair, macht Landing Back-Air, macht Landing Neutral-Air. Beatet die Jumps mit eurer Range, die ist eigentlich in Ordentliche Range von Hero. Mit Fair, Back-Air und Neutral-Air sind seine wichtigsten Moves. Und ja, hofft auf gutes AMG. Was soll ich sagen? Benjo und Kazooie. Ja, benutzt immer die Granaten, Granate, 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 Granate ist so gut, ne. Immer Granate draußen haben, den Gegner damit nerven. Eventuell sogar noch die Newspeeder hinzufügen. Die sind quasi wie die, die ist Peanuts, nur dass die nicht gefangen werden können, also bessere Peanuts. Geht für Grabs. Benjo hat einen sehr guten Grab, Frame 6. Bei low Prozent Up-Throw versuchen, ab R zu bekommen, ist kein True-Combo, aber funktioniert sehr oft. Bei höheren Prozenten 100 plus kann man dann für Down-Throw gehen und dann up-Tilt. Uptilt killt dann auch super early. Generell, wenn der Gegner die ganze Zeit im Spacen ist, wenn der Gegner sich die ganze Zeit aggressiv verhält, wenn der Gegner Predictable spielt, wenn der Gegner viel rollt, Side-Py man. Side-Py ist eine gute Recovery Option. Man kommt for free zurück ins Neutral, denn die Side-Py hat die ganze Zeit Unverwundbarkeit. Man bietet alle Options. Benjo ist komplett unverwundbar mit Side-Py. Aber man hat nur 5 Federn, 5 goldene Federn. Man kann das Ganze nur 5 verwahren pro Stock. Deswegen teilt die Feder ruhig gut ein, nutzt die Weise. Ja, bietet damit aggressive Playstyles und kommt for free zurück ins Neutral mit den Federn. Das ist das Beste, was man mit den Federn machen kann. Ansonsten Granate immer schön raushauen. Edge-Trapping kann man auch gut mit der Granate. Man kann sehr gut Edge-Gun mit der Back-Air von Banjo. Und F-Smash kaputt sehr viel an der Edge. F-Smash an der Edge ist auch ridiculous. Spot-Dodge, Down-Smash ist eine sehr gute Option mit Banjo. Und der Down-Tilt ist verdammt gut zum Two-Frame. Cloud zum Beispiel, der verliert gegen Banjos Down-Tilt komplett. Also der Down-Tilt ist gut für Tag-Chases und schickt den Gegner den komplett ekligen Winkel weg und Two-Frames. Der F-Tilt ist eine verdammt schnelle Option und kann auch sehr gut benutzt werden. Ja, Retreat-Fair ist auch noch eine gute Option mit Banjo. Fair ist sehr stark. So eine kleine weak Gendor-Fair kann man sagen. Ja, nett nett. Terry, Jab-Jab-Power-Dunk. Bei Low-Prozent. Und bei Home-Prozent. Das funktioniert eigentlich immer. Jab-Jab-Power-Dunk. Landing-Neutral ist eine gute Sache, hat auch sehr viel Combo-Potential. Crack-Shoot wollt ihr benutzen, wenn der Gegner viel springt. Das bietet sehr viele Jump-Options. Ihr wollt die Power-Wave nutzen und gucken, wie der Gegner reagiert. Wenn der Gegner im Shield bleibt, geht ihr für den Grab. Wenn der Gegner springt, geht ihr für Crack-Shoot. Ihr wollt die Recurry-Mix-Up. Ihr habt halt die... also den Power-Dunk habt ihr. Und ihr könnt halt Burning-Nuckle-Man oder Crack-Shoot. Plus, ihr könnt stallen in der Luft mit der Power-Wave. Wenn Terry Power-Wave macht, behält er so im Moment einmal in der Luft mit Power-Wave, kann man auch gut Edge-Gun. Schlechte Recurries kann man da gut mit abfangen oder sogar auf den Stage-Spike gehen. Ganz nett. Ansonsten, Throw-Kombus, Down-Throw macht man meistens und guckt, wie der Gegner DI'd. Kann man eventuell Crack-Shoot bekommen oder eben halt ein Up-Air. Je nachdem. Aber der Jab muss wirklich genutzt werden von Terry. Ein richtig guter Move von Terry Bogart. Down-Air ist auch ganz gut an Edge. Short-Up-Down-Air zum Beispiel. Ja. Wenn der Gegner springt von Edge und ihr macht dann Down-Air, ist der Gegner tot. Verdammt starker Spike. Sollte auch genutzt werden. Richtig gut. Und... Man lernt die Inputs natürlich mit Terry auch. Und vor allem auch die Input-Recovery. Denn wenn ihr mit Input-Recovery recovert, dann ist es schwieriger ihn zu Edge-Gun. Weil die Recovery ist bad, wenn ihr Input nicht macht. Wenn ihr Input macht, ist er unverwundbar. Also macht ihr Input. Könnt ihr auch erst einen R-Dot machen. Und dann nach unten drücken und dann B. Weil unten gedrückt halten und dann B. Oben B. Ist halt der Input für Rising Tackle. By-Lev. Fiel im Bogen. Benutzen mit Neutral. Und gucken, wie der Gegner reagiert. Springt der Gegner. Er cancelt ihren Bogen und macht zum Beispiel eine Fair. Fair-Spacing, Back-Air-Spacing, die Range Abusen von By-Lev. Ist generell eine gute Sache. Und... Ja. Ist eigentlich ziemlich fundamental-based. Wenn der Gegner über euch ist, für ab erst gehen. Edge-Gun kann man sehr gut mit By-Lev. Da By-Lev eine verdammt gute Reichweite hat. Side-P ist gut zum Edge-Gun. Back-Air ist verdammt gut zum Edge-Gun. Neutral-Air ist verdammt gut zum Edge-Gun, weil Neutral super lang aktiv ist. Fort-Air, Back-Air, ne. Kann man alles gut benutzen. Down-Air sogar, super starker Spike. Und... Nütze F-Smash an der Kante. Der F-Smash hat eine verdammt gute Reichweite. Und Sweetspot killt er schon bei 50%. Nutzt ihn. Nutzt ihn weise. Super guter Move. Holy shit. F-Smash autosiert ist eine gute Option. Sehr strong. Und sehr schnell tatsächlich. Ja, Mi Brawler, da variiert das jetzt. Ich hab die Kugel. Ich hab den Side-Bug-Move der Kills. Ich hab den Propeller-Kick. Und ich hab den Flip-Kick. Das ist mein Mi Brawler. Den hab ich benutzt, um Elite zu kommen. Ist für mich das beste Move-Set. Komm ich am besten klar. Und mit Mi Brawler ist halt so... Landing Neutral into Grab. Combo. Ähm... Combo-Starter. Also... Ist zum Beispiel der Down-Throw. Down-Throw-Forward-Air. Dann kann man Fast-Fallen und eventuell, ähm... Den Gegner Anti-Air mit Up-Airs oder Up-Tilt. Wenn der Gegner springt, kann man, ähm... Den Sprung catchen mit der Ab-B. Mit dem Propeller-Tritt. Back-Air. Killt verdammt früh. Für Mi Brawler-Verhältnisse. Und, ähm... Kann gut gespaced werden. Fort-Air ganz gut. Range nach vorne. Gut, um... Ähm... Jump-Approaches abzudecken. Ähm... Ab-Air ist verdammt gut zum Jugglen, wie schon gesagt. Die Eisen-Kugel ist extrem gut. Im Neutral, um den Gegner so ein bisschen auf Distanz zu halten. Um den Gegner... Auch zu Edge-Guard. Man kann die Eisen-Kugel, ähm... Gut benutzen, um Recoveries wegzusnipen. Super, super nice Sache ist das. Ähm... Ja... Das war eigentlich schon das Wichtigste mit Mi Brawler. Sorry! Bei Swordfighter verwende ich den Tornado. Die Linker-B, den Reflektor. Und die Side-B von Ike. Der Tornado... Den haut ihr am besten immer raus. Guckt, ob der Gegner drauf klarkommt. Wenn er nicht drauf klarkommt, dann geht er für die Kombos. Tornado ab-Air, Tornado ab-I. Und bei höheren Prozenten, wenn es nicht mehr so gut geht, könnt ihr versuchen, einen Tornado fair zu bekommen. Oder für einen Edge-Guard zu gehen. Generell der Tornado... Sehr nervig! Kann Recoveries gut abfangen. Kann, ähm... Gegner treffen, die zu lange an der Edge hängen. Extrem guter Move. Ansonsten, Neutral-Game. Back-Air... Hat jetzt nicht die besten Range, aber Back-Air ist ganz gut. Down-Till ist ganz gut von, äh... Mi Swordfighter. Und auch die Down-Air kann gut zum Edge-Guard benutzen werden. Sehr lang aktiv, kann spiken. Gute Reichweite tatsächlich auch. Ab-Air gut zum Jugglen, gut zum Damage aufbauen. Verdammt stark gab er tatsächlich. Mh... Saipi zum Recoveren. Abi, ähm... Nach Tornado halt, hauptsächlich zu benutzen. Jo... Das war eigentlich alles so mies... Swordfighter. Kommen wir noch abschließend zum Gunner. Der Mi Gunner... Besteht bei mir aus der Rollbombe. Aus dem Granatenwerfer. Äh... Aus der... Normalen Abi, wo ein Schuss kommt und man einen Boost nach oben bekommt. Und... Habe ich was vergessen? Genau das Feuer. Und aus dem Feuer. Ja... Ist halt ein Saunder. Rollbombe immer raushauen. Granatenwerfer immer raushauen. Gucken, wie der Gegner darauf reagiert. Wenn der Gegner defensiv ist, für den Grab gehen. Oder ansonsten immer wieder auf Distanz halten. Forward Air ist gut, um den Gegner auf Distanz zu halten. Granatenwerfer ist gut, um den Gegner auf Distanz zu halten. Und Rollbombe halt auch. Wie schon gesagt. Feuer ist ganz gut. Kommut. Und hält den Gegner auf Distanz. Aber wenn das Feuer den Gegner trifft, kann man eine Forward Air rausbekommen. Ist ganz nett. Downtilt ist ganz gut. Und die Up Air ist so cool, wenn der Gegner über euch ist. Das kann man so viel. Gerade wenn ihr nach vorne und nach hinten driftet. Da schränkt ihr so viele Optionen vom Gegner mit ein. Das ist super. Back Air ist gut zum killen. Verdammt stark, der Move. Mew2Air ist eine gute Auto Shield Option und führt zu Tag Chases. Und ja, F-Smash hat auch eine gute Reichweite nach vorne. Killt nicht so früh, aber unterschätzen viele. Ich denke, das war das Wichtigste. Mit allen Chars. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Daumen hoch, falls euch das Video gefallen hat. War mal ein bisschen was anderes, I guess. Ich weiß, ich rede sehr schnell. Aber ihr könnt ja immer wieder zurückspulen. Das ist toll daran. Und das Video ist bestimmt fast zwei Stunden lang geworden. Aber was soll ich machen? Gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Smash Video. Bis zum nächsten Let's Play Part. Whatever. Ich bin raus. Ich wünsche euch was. Eure Cecile. Macht's gut. Und danke fürs Anschauen. Ei Pier Bis zum nächsten Mal.